Zeuge Anton Wilhelmi, Deutschlands, Gartenbauinspektor, 52 Jahre, 129. Verhandlungstag, 21.01.1965 Herr Vorsitzender, darf ich vor der Vernehmung des Zeugen Wilhelmi auf Folgendes aufmerksam machen. Der Zeuge Wilhelmi war Schreiber, hatte so eine Art Spießstellung beim Standortarzt. Wir in Frankfurt haben gegen ihn kein Verfahren eingeleitet. Aufgrund eines Artikels, der im Spiegel erschienen ist, ist jedoch von der Staatsanwaltschaft in Hamburg ein Ermittlungsverfahren gegen den Zeugen Wilhelmi eingeleitet worden, wegen seiner Tätigkeit in Auschwitz. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass möglicherweise für die Frage der Aussageverweigerung vom Herrn. Herr Zeuge, nach dem, was der Staatsanwalt eben gesagt hat, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, die Aussage auf einzelne Fragen eventuell überhaupt gänzlich zu verweigern, wenn Sie befürchten müssen, dass durch eine wahrheitsgemäße Aussage Sie sich der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen. Herr Wilhelmi, Sie heißen mit Vornamen? Anton Wilhelm Wilhelmi, mit Y hinten. Ja. Sie sind wie alt? 52. 52 Jahre alt sind Sie verheiratet? Ja. Von Beruf? Gartenbauinspektor. Gartenbauinspektor, wohnhaft in? In Bersdorf. In Bersdorf? Dersdorf. Dersdorf mit Dora. Dersdorf. Dersdorf bei? Bei das Kreis Haburg. Kreis Haburg. Ja. Kreis Haburg. Und Sie sind mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägt? Nein. Herr Wilhelmi, Sie sollen in Auschwitz gewesen sein und zwar als Schreiber. Ja. Wollen Sie uns bitte einmal sagen, wieso Sie überhaupt nach Auschwitz gekommen sind. Ich war vorher, also im 39, Anfang 40, war ich bei der Totenkopfdivision. Und wie sind Sie da hingekommen? Ich wurde zur Totenkopfdivision eingezogen, weil ich vorhin in der Allgemeinen SS war. Ja. Sie hatten sich nicht dorthin gemeldet? Nein. Und da zog ich mir da auf dem Truppenübungsplatz Münsingen eine chronische Hüftgelenksentzündung zu. Und da die nicht behandelt wurde und ich, beziehungsweise damals der Arzt nicht wusste, was das Truppenübungslazarett in Münsingen feststellte, pathetische Krankheit. Und da wurde ich nicht behandelt, musste als Innendienstler, zum Beispiel Munitionschristen nach dem vierten Stock tragen. Und ein, der zweite Paralitionsarzt, der schickte mich dann in Abwesenheit des Truppenarztes nach Tübingen zur Universitätsklinik. Und der dortige Arzt, der stellte fest, dass es eine chronische Hüftgelenksentzündung wäre und ich unbedingt in Behandlung müsste. Und sagte unter anderem auch noch, dass meine, dass die Ärzte und die Truppenführer vor das Kriegsgericht müssten, weil sie sowas vernachlässigen würden. Und da wurde ich, als das, er sagte mir, er gibt mir nichts mit, er gibt das an die Truppe schriftlich, durch Brief. Und als das ankam, wurde ich schleunigst nach Orangenburg verfrachtet zur Eheinheit. Und das wurde ich auch nicht behandelt, weil es hieß, Papiere müssen erst nachkommen. Und da traf mich da ein Arzt mal, als ich da rumknappte und sagte mir, was mir fehlen würde und so weiter. Dann sag ich so und so, war ich froh, dass mich mal einer anhörte, sag ich, wird überall das Trückeberg herumgeschoben und bezeichnet. Und kam und sagte, komm dann morgen mal früh zu mir. Und da stellte er fast dasselbe fest und sagte, er war ein Gelenkschirurg, hat eine eigene Privatklinik in Freiburg. Und sagte mir dann, Ihnen kann nur die Charité helfen. Ja, nun wie sind Sie dann langsam nach Auschwitz gekommen? Ja, und da war ich erst durch Charité gewesen, wurde damals, war den ganzen Tag da und da hieß es, es tut mir furchtbar leid, wir haben keinen Platz. Und da sagte mir der Arzt, er kann mir auch nicht helfen. Und da bat ich um irgendeine Beschäftigung und da landete ich im, als Sanitäter, als Schreiber im Häftlingskrankenbau vom KL Sachsenhausen. Und dann wurde ich... Wann war das ungefähr? Das war, ich glaube, das war nach drei, vier, fünf, sechs Wochen, acht Wochen nach dem Frankreichfeldzug. Nein. Also ein neues Datum kann ich nicht erkennen. Also im Juli etwa 40? Franow war es früher gewesen sein. Also es muss so, ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Also ungefähr Juli, Juli 40? Nein, es wird das früher gewesen sein. Es war so umfangreich, fällt es rum, ich meine nachher. Und damals hieß es dann, es sollte ein Lager im Osten aufgemacht werden und da würden Leute für gesucht. Ich wollte nicht hin. Und da wurde auch der damalige Lagerarzt dort gefragt, wen er freistellen würde dafür. Und da hat er mich nicht genannt. Und da wurden gerade die, die nicht freigestellt wurden, wurden dorthin versetzt. Und inzwischen wurde dann der, also ich kam dann nach Auschwitz. Wann kamen Sie denn nach Auschwitz? Das würde uns wiederum interessieren. Ja, das Datum weiß ich auch nicht mehr. Also es war, also ich war vielleicht sechs, acht Wochen, auch ein Vierteljahr in Sachsenhausen. Das war, soviel ich weiß, nur die ersten Häftlinge da, die damals von Sachsenhausen überstellt wurden. Nun war es noch vor dem Winter oder war es im Herbst? Nein, das war noch im Sommer. Im Sommer? Im Sommer, im Sommer 1940? Ja. Und da kamen Sie hin als was? Als Schreiber beim Standortarzt. Schreiber beim Standortarzt? Ja. Wer war damals Standortarzt? Dr. Popiersch. Dr. Popiersch? Ja. Und wie lange war der dort Standortarzt? Der wurde nachher später versetzt nach Lublin und das muss gewesen sein Ende 1941. Und wer kam dann dahin? Da war der unmittelbare Nachfolger, war soviel ich weiß, ein Dr. Dienstbach. Dr. Dienstbach? Und wie lange blieb der dort? Ich war dann 1942, hatte ich im Frühjahr einen längeren Urlaub zur Ablegung meines zweiten Examens. Und war da der Dr. Dienstbach noch da? Und als ich zurückkam, war er nicht mehr da. Aha. Und das, wann sind Sie etwa zurückgekommen? Februar, das muss Ende März gewesen sein. Ja, und wer, 1942? 1942, ja. Und wer kam dann? Ja, das weiß ich jetzt. Das war damals so, dass eine Menge Ärzte da waren, die mehr oder weniger an Fleckfieber erkrankten und dann nicht mehr wieder kamen, starben und spät wieder kamen. Ja, also Sie waren doch Schreiber bei diesem Standortarzt. Ja. Da müssten Sie sich doch eigentlich erinnern können, mit wem Sie da zusammengearbeitet haben. Ja, da war ein, ja, also es war, erst traten wieder normale Verhältnisse ein, als Dr. Wirts kam. Ja, das war. Das war, also, im dritten Viertel 1942. Im Herbst 1942. Ja. Das war also, wer dann von uns jetzt zu überbrücken, die Zeit zwischen März 1942? Ja. Als der Dr. Dienstbach weggekommen war. Wen fanden Sie denn vor, wie Sie zurückkamen aus Ihrer Prüfung oder was Sie da gemacht haben? Tja. War der Dr. Ullenbrock mal Standortarzt? Das war er auch mal kurz. Das waren immer, die wechselten sich alle so ab, weil dauernd welche krank waren, unterwegs waren. Und ich wurde dann auch noch kurz, nachdem ich zurückgekommen war, wurde ich noch mal krank. Und er hatte dann noch einen längeren Genesungsurlaub. Und da wurde es auch etwa... Naja, also jedenfalls an den Dr. Dienstbach können Sie sich noch entsinnen. Ja. Und zwar war der da von Ende 1941 bis zum Ende März 1942. Ja, er war aber schon länger weg, als ich zurückkam. Aha, da war er schon länger weg. Ja. Wann sind Sie denn weggegangen? Wie bitte? Wann sind Sie denn weggegangen von Auschwitz? Auschwitz, 1.45. Ja, jetzt meine ich aber jetzt zu Ihrer Vorbereitung im Jahr 1942. Für das Examen, meinen Sie? Ja. Ja, das war im... Das muss im Februar gewesen sein. Im Februar. Ja. Also, am Februar war der Dr. Dienstbach noch da? Noch da, ja. Also, im Februar. Nun, sagen Sie mal, der Standortarzt hatte doch andere Befugnisse als der Lagerarzt, beziehungsweise der... Na, wie hat man den genannt? Den diensthunden Lagerarzt. Ein Chefarzt vom Lager. Wer war denn das? Ja, es waren damals nicht viele Ärzte da, die wurden immer so, die machten mal dies, machten mal das. Die reichten nie. Es waren auf dem Papier, waren vielleicht fast das Doppelte, mindestens da, aber in Wirklichkeit waren doch keine da, weil sie wegen Fleckführer krank waren oder... Und was war denn die Aufgabe von einem Standortarzt? Alles das vom Truppenarzt, vom Lagerarzt, alles zusammen und weiterzugeben. Dann die einzelnen Meldungen zu machen, der Verkehr mit oben, mit der Kommandantur auch, dann auch mit der Inspektion in Oranienburg. Konnte denn der Kommandanturarzt nicht direkt mit Oranienburg verkehren? Konnte direkt mit Oranienburg verkehren? Also braucht doch der Standortarzt nicht da eingeschaltet zu werden. Nein, das braucht er nicht. Nein. Also was tat denn der dann, der Standortarzt? Was hat der denn für eine Aufgabe? War denn der Standortarzt dasselbe wie der Kommandanturarzt, nur mit dem Unterschied, dass er darüber hinaus auch noch zu betreuen hatte die Truppenverbände, die außerhalb des Lagers irgendwo untergebracht waren? Also in meiner Zeit waren damals noch wenig Truppenverbände außerhalb untergebracht. Und dann war wohl der Standortarzt dasselbe wie der Kommandanturarzt? Ja, der Kommandanturarzt, der Ausdruck ist an sich damals nicht geläubig gewesen. Nicht geläubig gewesen, ja. Schön. Nun also, der Dr. Dienstbach war Standortarzt und was war denn das für ein Herr? War der sehr streng? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Können Sie ja entsinnen, dass er Strafen verhängt hat? Bei den SS-Angehörigen meinen Sie? Ja, überhaupt. Ich weiß ja nicht, was er wünscht. Ich fand also, dass Herr Dr. Dienstbach im Verhältnis mäßig menschlich war, milde war. Milde war? Ja. Auch den SS-Angehörigen gegenüber? Ja. Ja. Und wer war denn damals, als Sie dort bei dem Standortarzt waren, wer war denn damals ein Spieß? Das war ich gewesen. Sie macht es so. Sie sagten vorhin etwas bescheiden. Sie wären nur Herr Schreiber gewesen. Ja, nur als ich noch nicht da war, da war ich der Einzige da und noch ein oder zwei Sanitäter, glaube ich, waren noch da. Was für einen Dienstdrang hatten Sie denn? Als ich hinkam, war ich SS-Mann und wurde dann überreichenderweise, ohne dass er was zu konnte, wurde ich innerhalb kürzer Zeit zum Oberschafio befördert. Und zwar war das... Und zwar war das... Oberschafio. Ja. Und zwar kam das so zustande, dass der Arzt, der mich damals in Orangenburg in die Charité schicken und einweisen wollte, der hatte sich da mit mir etwas angefreundet und wollte mir helfen. Und er schickte mir auch für mein Hüftgelenk, sagte er, ich schicke bald möglichst ein Kurzwellengerät, damit Sie sich selbst behandeln können. Denn ich konnte ja noch... Also das hat ja vermutlich nichts mit Ihrer Beförderung zum Oberschafio zu tun, nicht? Ja, also es jedenfalls war, das regte einiges Aufsehen, aber der Kommandantur... Und das kann man wohl auch sagen, denn ich meine, zwischen dem Oberschafio und dem SS-Mann lagen, nach meiner Kenntnis, ja noch einzelne Stagen dazwischen, nicht? Ja, ich wurde... Ja, da wurde Sie Rottenführer, glaube ich, und dann wurden Sie... Nein, ich wurde erst und gleich im Oberschafio. Ja, aber an und für sich notwendigerweise geht auch die Stufenlaufbahn über den Rottenführer und dann kommt, glaube ich, der Unterscharführer oder noch etwas dazwischen, ich weiß nicht. Ja, Unterscharführer, Oberscharführer. Ja, aber kurz und gut, also bei Ihnen wurde dann trotzdem dieser Sprung gemacht. Ja, meine Herren, wenn nicht zu erwarten steht, dass die übrigen Zeugen noch kommen, brauchen wir auch die Frau Dolmetscherin nicht länger hier zu behalten. Sie haben also keine Hoffnung. Ja, Frau Karpke, ich danke dann schön. Wir wollen Ihre Zeit dann nicht in Anspruch nehmen. Nun, Sie wurden also Oberscharführer und waren als solcher auch ein Spieß dieses Bereichs. Wer war denn am SS-Sanitätsdienstgarten damals mit Ihnen zusammen? Da waren, da war ein Teuer, Scherpe, da kam später Claire dazu. Herr Claire und dann waren noch auf der Schreibstube noch einige Schreiber. Die Namen, die habe ich tatsächlich vergessen, die kann ich im Augenblick nicht sagen mehr. Da müssten wir höchstens da Namen hören. Und, kannten Sie auch einen Ulzenhöfer? Ja. Sieklinger? Bitte? Sieklinger. Sieklinger, ja. Diese waren also da. Wissen Sie noch, wann die gekommen sind und von wann ab sie da waren? Sie sagten zum Beispiel, und später kam dann Claire noch dazu. Was heißt später? Ja, das Jahr und das Datum weiß ich nicht mehr. Das kann ich im besten Willen Ihnen nicht mehr sagen. Ja, also wie Sie uns vorhin gesagt haben, waren Sie ab Sommer 1940 dort, ja, in Auschwitz. Ja. Und der Dr. Dienstbach ist Ende 1941 dort aufgekreuzt. Ja. Nun sagen Sie, wann der Claire dort hingekommen ist, wissen Sie nicht. Nein, das kann ich im besten Willen nicht sagen. War er schon vor Dienstbach da? Also, hundertprozentig kann ich es Ihnen nicht sagen, aber ich glaube es aber. Sie meinen, er wäre schon vor Dienstbach da? Ja, also, bei Aiden kann ich das nicht. Und was hatte denn der Claire für eine Aufgabe? Claire war meistens im, oder fast ausschließlich im Lager gewesen. Ja, und was hat er dort für eine Aufgabe? Also, den Sanitätsdienst dort mit dem Lagerarzt zu überwachen. Den Sanitätsdienst dort mit dem Lagerarzt zu überwachen. Und der Aufsichts-Lagerarzt. Auch Menschen umzubringen? Nein, das war keine Aufgabe. Das war keine Aufgabe? Nein. Na ja, ich meine, Ihrer Meinung nach wollen wir es sagen, denn es gab andere Leute, die das anscheinend als Aufgabe bezeichnet haben. Ja. Ja. Zum Beispiel Herr Claire. Nun, ähm, weiter. Können Sie sich entsinnen, dass der Dr. Dienstbach einmal den Claire und den Teuer bestraft haben? Ja. So, na dann erzählen Sie uns mal genau, wann, wie und wo und was das gewesen ist. Erlauben Sie bitte, dass ich einen Augenblick nachdenke. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Also, soviel ich mich entsinne, weil das damals, war damals, lag Folgendes vor. Es war eine Weihnachtsfeier angesetzt und war zu diesem Zweck einiges beschafft worden, an Getränken und so weiter. Und die Getränke standen hinter den, also an den Fenstern, sollten sie kühl bleiben. Und als das losgehen sollte, hatten diese beiden schon einen Teil dieser Getränke getrunken und war in einem mehr als angeheilten Zustand. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das im Einzelnen hier zusammenlief. Jedenfalls war es so, dass sie, dass die beiden auf die, also ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Herr Dr. Dinsbach, weil sie betrunken waren, in ihr Zimmer eingesperrt hatte. Und die beiden sprangen nun aus dem Fenster, aus dem ersten Stock raus und kamen um den Bau rum wieder hoch und waren plötzlich wieder da. Und daraufhin brach Dr. Dinsbach die kleine, die kleine Feier ab und da war die Sache dann her anschließend so, dass sich, dass noch ein, ich glaube, von der, ein Dentist, der bekam, glaube ich, noch Brügel von den, der blieb im selben Zimmer mit diesen und bekam noch... Wie war das, der Dentist bekam Brügel von wem? Von einem von diesen beiden, von wem war ich nicht mehr. Und daraufhin sagt damals Dr. Dinsbach, was, wenn wir jetzt das groß an die große Glocke hängen, dann kommt der Mastra Ra raus und das geht es dann mit der Befehlsbeweigerung und was alles so kommt. Da kommt eine ganze Kette zusammen. Das kann im Weltkriegsgerichts reif sein. Nein, ich bestrafe die mit drei Tagen Arrest und da hat sie die Sache. Und da hat er die damals mit drei Tagen Arrest bestraft. Konnte er das? Muss er da nicht den Kommandanten dazu fragen? Ja, jedenfalls, das konnte er nachdem, es war an sich war das nicht ganz, das Verhältnis nicht ganz klar, aber meines Wissens konnte er das. Wer war denn Ihr Vorgesetzter? Bitte? Wer war denn Ihr Vorgesetzter? Meiner? Ja. Herr Dr. Dinsbach. Dr. Dinsbach. Damals, ja. Hatten Sie so etwas ähnliches wie eine Sanitätseinheit dort oder war der... Sanitätseinheit... Ja, das... Ja, das war so eine kleine Sanitätseinheit. Sanitätseinheit nicht... Also der Standardarzt hatte ungefähr die Befugnisse, nicht ganz die Befugnisse eines Kompanieführers mit Einschränkungen. Also kurz und gut, er bestrafte Sie mit drei Tagen, die beiden Männer. Ja. Und nun wissen Sie ja, dass bei so einer Bestrafung, Sie waren ja Arzt Spieß dort, auch gewisse Vorschriften bestehen. Ja. Das muss doch eingetragen werden irgendwo. Hatten Sie ein Strafbuch zu diesem Zweck? Entsinnen kann ich mich nicht mehr, aber ich glaube ja. Ja. Haben Sie überhaupt jemals die Spießprüfung gemacht? Nein. Sie glauben also, dass das in ein Strafbuch geschrieben wurde und musste dieses Strafbuch dann auch ab und zu mal zur Kontrolle vorgelegt werden? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das wissen Sie auch nicht mehr. Also Sie bekamen ihre drei Tage und vermutlich ohne jede weiteren Formalien. Und was geschah dann mit den beiden Männern? Weiter nichts sonst. Ja, haben Sie denn wenigstens die drei Tage abgebüßt oder war es mit dem Ausbruch erledigt? Nein, das ist soviel ich weiß, haben Sie verbüßt. Soviel Sie wissen, haben Sie verbüßt. Wo denn? Im Standort? Im Standort. Arrestlokal? Ich glaube ja. Na, da mussten Sie ja doch irgendwelche Einweisungen hinschreiben, nicht? Und mussten ja doch Verpflegungsmeldungen absetzen und lauter solche Geschichten. Ja, das... Wie ist das damals erfolgt? Ich glaube, also... Also, beschwören kann ich es jetzt nicht, beeilen kann ich nicht, aber ich glaube ja. Sie glauben, ja. Ja. Und wissen Sie, wann die es verbüßt haben? Nein, das muss... Das war kurz hinterher, soviel ich weiß. Ja. Kurz hinterher, und wann war denn diese Weihnachtsfeiertage... Äh, Feier vor den Feiertagen oder nach dem Feiertag? Tja. Meines Wissens vorher. Vorher. Ich glaube ja, das ist... Und haben Sie dann an den Feiertagen eingesessen oder nach... Nein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das war. Wissen Sie nicht. Nein, das ist jetzt... Aber da waren Sie jedenfalls oder sind Sie auf Urlaub gefahren? Die Männer, die erklären, der Teuer. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, dass Ihnen der Weihnachtsurlaub entzogen worden ist, das wissen Sie nicht? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ja, Herr Rechtsanwalt Gölners, bitte. Doch, doch. Wann war es gewesen? An welchem Weihnachtsfest? Das müsste vor... Vor 41 gewesen sein. Vor 41? Also Weihnachten 41. Weihnachten 41. Vor Weihnachten 41. Ja. 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 Das war ja die Antje. Ja. Sagen Sie, wissen Sie, ob Claire 42 in Urlaub war an Weihnachten? Da war ich nicht mehr da gewesen. Wann sind Sie denn weggekommen? Also im Herbst 42. Im Herbst 1942 sind Sie wohin gekommen? Und zwar nach der landwirtschaftlichen Abteilung von... von... Reiskow. Bitte? Reiskow. Nein, nach Buddi draußen. Nach Buddi. Ja. Buddi. Und kamen Sie da auch als Schreiber hin? Nein, da hatte ich die Baumschulen. Was hatten Sie? Die Ostbaumschule zuerst und nachher die gesamten Baumschulen von Landwirtschaftlichen Abteilung. Sie sind Fachmann auf diesem Gebiet? Ja. Ja. Da sind Sie im Herbst hingekommen und da hatten Sie auch nichts mehr mit dem Sanitätswesen zu tun? Nein, nein. So. Bitteschön, ja. Herr Zeuge, zunächst einmal, wann sind Sie in die allgemeine SS eingetreten gewesen? 33. Und was hatten Sie für einen Dienstgrad gehabt, 39? SS-Mann. SS-Mann? Ja. Also Sie sind nicht etwa aufgrund Ihres Dienstgrats in der allgemeinen SS-Stellebefassung? Nein, 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 nein. Dann eine ganz andere Frage. Sie sagten auch, Sie waren bis 42 beim Standortarzt. Ja. Wie war das da mit Malaria-Erkrankten? Hatten Sie viel Malaria... Malaria kam selten vor. Kam selten vor? Kam selten vor, ja. Und hatten Sie, war das eine Tertianer oder war das eine schwere tropische Malaria, die da auftrat? Das waren nur ganz seltene Einzelfälle und da war ich nicht mehr, was das war. Hatten Sie denn das Sumpfgebiet mit Malaria-Mücken? Malaria-Mücken waren da. Anopheles war da. Und Ihre SS-Wachmannschaft, mussten Sie vorbeugend Ateprin oder Akresi oder irgendetwas reinnehmen? Nein, nein, so viel ich... Nein. Das müsstest du doch wissen an sich. Ja, ich müsste das wissen, aber nein, ich glaube nicht. Und wenn jemand sehr schwer Malaria-Erkrankt war, kam der dann zurück zu Ihnen nach Auschwitz oder wurde der dann woanders hingegeben? Das lief doch auch bei Ihnen durch. Also ich, also in meiner Zeit glaube ich nicht, dass das bei der, doch, dass da was an, jedenfalls, können das nur Einzelfälle gewesen sein. In großem Umfang wissen Sie nichts davon? Nein. Dann etwas ganz anderes. Sie waren da in Buddi. Ja. Wie lange waren Sie in Buddi tätig? In Buddi bis zum Dreck. Bis zum Schluss? Ja, bis zum Dreck. War während Ihrer Zeit dort, haben Sie während dieser Zeit Claire mal in Buddi getroffen? Nein. Zu keinem Zeitpunkt? Ich wüsste nicht, dass er... Wir waren beide nicht besonders befreundet. War zu Ihrer Zeit in Buddi mal Schwierigkeiten mit Frauen? Die irgendwie gegen irgendjemand oder irgendetwas revoltiert haben, dass Unruhe kam? Nein, das war nicht. War das nicht? Nein. War das vor Ihrer Zeit? Weiß ich auch nicht. Ich war nicht direkt auf dem Hof Buddi. Also Sie waren nicht auf dem Hof Buddi? Nein, ich war etwas an der Hauptstraße, an der Straße nach Pjechti auf dem Einzelhaus. Was hatten Sie für Leute als Beschäftigte? Frauen oder hatten Sie Männer da? Beides, Männer und Frauen. Und die Frauen wohnten nicht da, wo Sie waren? Also das war... Nein. Die wohnten teilweise auf dem Hof Buddi, beziehungsweise kamen sie von Bergenau. Waren Sie dort Lagerführer oder waren Sie nur Fachvorgesetzter? Nur Fachvorgesetzter. Und Sie bekamen also von einem Lagerführer die Leute zugeführt? Ja. Die wurden dann beantragt und da kam es zugegangen. Und hatte ich für die Baumschuhe einen gewissen Stamm, die waren in Buddi, im Nebenlager Buddi. Das waren aber Männer. Männer und Frauen. Männer und Frauen. Und wer war der Lagerführer im Nebenlager Buddi? Das war also den Hof Buddi, den hatte zuerst ein gewisser Klaue. Und nachher kam ein anderer, wie der jetzt noch hieß am Schluss, weiß ich nicht mehr. Sie wohnten aber außerhalb des Lagers? Außerhalb des anderen Straßen nach Pjechti. Hatten Sie noch SS-Dienst gerade bei sich? Bitte? Hatten Sie noch SS-Dienst gerade bei sich? Noch zwei, ja. Dankeschön. Bitte sehr. Bitte schön. Gerade zum letzten Thema noch folgende Frage, Herr Wilhelmi. Kannten Sie den Dr. Krämer? Ein Dr. Krämer, SS-Arzt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen gehört habe. Oder ob ich ihn gekannt habe. Also, wissentlich habe ich ihn nicht gekannt. Der Name ist mir irgendwie geläufig. Gut. Dann, wo war denn das Dienstzimmer des Spießes im SS-Revier? Das war gleich neben dem Zimmer vom Standortarzt. Nach welcher Seite hingelegt? Nach der Kommandantur zu? Oder nach dem Haupteingang zu? Also, wenn hoch kam, linke Hand oder rechte Hand? Also, nach der Hofseite zu. Also, das X-Zimmer vom Standortarzt hatte ein Fenster nach Richtung Kommandantur und eins nach der Straße, abziehungsweise nach Richtung Dermatorium rüber. Und Ihr Zimmer? Nebendran. Und wenn man hochkam, mussten Sie ja rechte Hand den Flur lang gehen oder links runter? Links. Links runter? Ja. Mit Treppe hoch. Mit Treppe hochkam. Im Jahre 1941, 1942 war dort das Dienstzimmer des Spießes. Ja. Wie Sie es beschrieben haben. Ja. Haben Sie ab und zu festgestellt, dass in diesem gegenüberlichen Krematorium Menschen umgebracht worden sind? Ja, leider. Was haben Sie gesehen? Dass die Leute angebracht wurden und dass die Blausäure geworfen wurde und so. Wer hat Blausäure geworfen? Ja, wer das war, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Kann ich Ihnen keinen Namen mehr nennen. Wie oft haben Sie so etwas gesehen? Ja, wie oft soll ich? Jedenfalls mehrmals. Mehrfach? Ja. Und wie viele Menschen wurden da immer gebracht? Wie viel? Das sind mehrere hundert. Mehrere hundert, jeweils? Ja. Wie wurden die denn dort hingebracht? Mittels welcher Transportmittel? Oder kamen die angegangen? Ja, ob es jetzt zu Fuß kamen oder mit Auto, das weiß ich auch nicht. Aber meist wohl mit Auto. Mit Last fahren. Und was haben Sie da gesehen? Schildern Sie mal einen solchen Vorgang. Ja, die mussten sich draußen im Vorplatz ausziehen, wurden dann reingetrieben. Im Vorplatz? Ja. Das verstehen Sie unter Vorplatz. Am Eingang war ein Hof mit einer Mauer umgeben. Ja. Konnten Sie über diese Mauer wegsehen? Teilweise. Teilweise? Ja. Wen konnten Sie da sehen, außer den Gefangenen? Waren die dort nicht bewacht? Auch im Vorhof? Das dürfte wohl sehr gewechselt haben. Ich weiß es noch nicht mehr. Wer hatte das Kommando bei solchen Aktionen? Ja, da kann ich mich auch nicht mehr entsinnen. Tut mir sehr leid. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht mehr, wer das da war. Haben Sie keine Erinnerung an irgendeinen Synthesdienstgrad etwa, der mit Blausäure zu tun hatte? Ja, das war ja so. Damals hieß es, dass als Desinfektoren Leute gemeldet werden sollen. Und die wurden auch gemeldet und haben auch tatsächlich zuerst nur desinfiziert. Wer wurde gemeldet? Er war teuerweise bestimmt. Und wer war noch? Koch. Koch. Bitte? Ein SDG Koch. An diesen Namen erinnere ich mich nicht mehr. Sonstigen Namen? Breitwieser. Wurde der ausgebildet? Der war doch nicht ein Breitwieser, kenne ich im Namen nach. Der war aber bei der Verwaltung gewesen, meines Wissens noch. Der wurde nicht ausgebildet als Desinfektor? Das ist mir nicht bekannt. Zu Ihrer Zeit? Nein. Oder vorher? Wissen Sie nicht? Weiß ich leider nicht. Hier war es mit Kreher? Kann ich auch nicht sagen. Scherpe? Ich glaube nicht. Ja, wer war denn ausgebildet als Desinfektor? Erst waren es zwei. Ja. Teuer und? Ja, wer das, der andere war, das weiß ich nicht mehr. Wann war erst, welchen Zeitraum meinen Sie jetzt mit erst? Als die erst mal gemeldet wurden. Ja. Zu welcher Zeit war das? Das muss Ende 1941 gewesen sein, oder was, 1942? Wann haben Sie denn die erste dieser Aktionen beobachtet, wo dann Blausäure eingeworfen wurde? Wann war das? Ja, ob das Ende 1941 war oder Anfang 1942, kann ich auch nicht mehr sagen. Waren da schon Desinfektoren ausgebildet zu dieser Zeit? Ja. Wurde sind diese Wehrgänge erst später gewesen? In Oranienburg wohl. Ja. Also, ich glaube, dass Ende 1941 schon welche ausgebildet waren, die zwei ersten wohl. Und Sie können, auch wenn Sie Ihr Gedächtnis noch so anstrengen, uns keine Namen von SS-Leuten sagen, die da Zyklon B eingeworfen haben? Kann ich leider nicht. Wie erklären Sie das, Herr? Bitte? Wie erklären Sie das, Herr Wilhelmi? Sie erinnern sich daran, dass der Standortarzt zwei SS-Leute mit drei Tagen geschärften Arrest wegen eines nun wirklich nicht erheblichen Vorfalls bestraft hat? Wir können uns nicht sagen, welche SS-Leute diese Dinge gemacht haben, die Sie aus kurzer Entfernung, nämlich aus Ihrem Dienstzimmer heraus, beobachtet haben. Ja, also, man hat ja auch da nicht, wenn wir sagen, das nicht mit großem Interesse angeschaut, sondern man hat ja gesehen, dass man da nichts von sah. Denn das war ja immerhin, man wollte ja da in der Möglichkeit nichts mehr zu tun haben. Aber Sie haben es doch gesehen. Ich habe es gesehen, ja. Aber da hat man nun... Hat denn dieser SS-Mann eine Gasmaske getragen? Ja. Hat er die oben aufgezogen, oben auf dem Krematorium? Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur mit Gasmaske gesehen und... Sie sagten uns, soviel selbst anfänglich seien sehr wenig SDGs da gewesen. Wenn Sie einen auf dem Krematorium hantieren sehen, haben Sie ihn dann schon an der Figur erkannt. Herr Wilhelmi, auch wenn Sie das Gesicht nicht gesehen haben, so haben sollten. Also, mit dem besten Willen. Also, Herr Wilhelmi, da will ich Sie mal klipp und klar fragen, haben Sie gesehen, dass oben auf dem Krematorium Klär gestanden hat und Zyklon B hineingefüllt hat? Das kann ich nicht behaupten. Was soll ich damit anfangen? Das kann ich nicht behaupten. Nein, also, ich weiß das nicht. Das wissen Sie nicht. Nein. Und warum wissen Sie es nicht? Weil ich mich nicht mehr erinnere. Nun will ich Ihnen mal etwas sagen. Bitte sehr. Das Umbringen von Menschen auf diese Art und Weise ist weder etwas Alltägliches gewesen, noch ist es etwas Gewohnheitsmäßiges gewesen. Sondern das ist ja damals ganz neu aufgekommen. Und weil es neu aufgekommen ist, deshalb haben Sie auch zugesehen. Weil das etwas war, was Sie noch nicht gekannt haben. Und auf meine Frage vorhin, wer dort Sanitätsdienstgarten gewesen ist, haben Sie gesagt, teuer, scherbe und leer. Dann sind noch ein paar gewesen in der Schreibstube, auf die kann ich mich nicht mehr erinnern. Und auf die weitere Frage, ob Ulzenhofer und Sickinger noch dort gewesen seien, haben Sie gesagt, ja, da kann ich mich jetzt auch drauf entsinnen. Es war also eine Handvoll Menschen, die Sanitätsdienst gerade waren. Und wenn nun das erste Mal so etwas passiert ist, da wissen Sie ganz genau, dass da oben drauf der oder jener gestanden hat. Das vergisst man nämlich nicht. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Haben Sie denn gehört, was für eine Reaktion da nun erfolgt ist, nachdem das zunächst einmal, wieso wissen Sie denn, dass das Blausäure war, was da hineingeschüttet worden ist? Ja, das hat man dann im Laufe nachher erfahren, dass das Blausäure war. Von wem haben Sie das denn erfahren? Das war ja nachher, wie soll ich sagen, ein allgemeines, es wusste ja fast jeder, dass das Blausäure war. Nun, haben Sie sich so nicht mit den Leuten nachher unterhalten, die das da hineingeschüttet haben und haben gesagt, jetzt, was ist denn da jetzt gewesen? Nein, da habe ich nicht unterhalten. Oder haben Sie das vorher schon gewusst? Wo kam denn die Blausäure her? Jedenfalls... Wurde die denn bestellt? Nein, von uns aus nicht. Die kam ganz von selbst? Nein, das ging über die Verwaltung. Das ging über die Verwaltung? Meines Wissens. Sie hatten da nichts damit zu tun? Nein, habe ich nichts damit zu tun gehabt. Ja, und dann haben Sie sich unterhalten, dass da Blausäure hineingeschüttet worden war. Was haben Sie denn dann festgestellt, wenn die Blausäure hineingeschüttet war? Was war denn die Reaktion davon? Ja, also mal sagen wir, die Fenster waren ja zu. Wir haben ja im Allgemeinen war ja nichts gehört. Wann war denn das? Im Sommer oder im Herbst oder im Winter? Wie Sie das zum ersten Mal erlebt haben? Sie haben nichts gehört. Bitte? Nein. Sie haben nichts gehört. Sie haben das doch immerhin zugesehen, was sich da unten abspielte. Sie wissen aber nicht, wer da als Befehlsgeber dort war. Sie wissen nicht, wer die Blausäure in die Stutzen hineingefüllt hat. Das alles wissen Sie nicht. Ich weiß es nur, dass ich einmal Teuer beigesehen hatte. Das war es. Wem? Teuer. Teuer, hatte ich ja gesagt gehabt. Er lebt nicht mehr, gell? Weiß ich nicht. Das entzieht sich meine Erkenntnis. Das entzieht sich meine Erkenntnis. Tja, also ich habe ihn. Ja, bitteschön. Wollen Sie mal vorgetreten, Herr Wilhelmi? Bitte. Hier ist ein Bild mit dem frühen SS-Revier. Das ist der vordere Eingang. Nicht der seitlich, sondern der vordere Eingang. War das hier oben ein Fenster Ihres Dienstzimmers? Nein, nein, nein. Das ist der Eingang. Hier war, glaube ich, erst die Kantine. Früher, ja. Stimmt das. Möglich. Ja, also. Oben im ersten Stock meine ich. Nein, nein, nein. Das lag bei der Vorderung. Das ist nicht das richtige Bild. Das war es nicht. Von der Seite haben wir kein Bild hier. Das ist es nicht. Wo ist denn das Klamotorium? Hier. Also diesen Blick werden Sie gehabt haben? Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein. Da ist allerdings die Mauer vorne, der Vorderung ist wieder da. Ja, das fehlt. Wollte ich gerade eben sagen. Die Zimmer ging doch mit dem Fenster nicht zum Lager hin, sondern zum Klamotorium hin. Für diese Straße, ja. Ja, ja. Sie sagten hier vorhin, dass Sie, wenn Sie hoch kamen, sich nach links gewendet haben, um Ihr Dienstzimmer, das Spießzimmer zu erreichen. Nach links, ja. Nach links. Das war auch ein Eckzimmer. Nein, das war das. Zweite Zimmer. Das zweite Zimmer, ja. Also war das, was ich Ihnen gesagt habe, gezeigt habe, das Fenster zum Dienstzimmer des Standortarztes. Nein, das war gerade genau entgegengesetzt an den Bau. Wenn das hier, da war es, hier kam er rein. Hier war die Kantine, hier war die Apotheke. Und da ging, das war also. Wissen Sie, wo Norden und Süden war in Auschwitz? Nein, das war nicht im Augenblick mit dem Messer. Aber war denn Ihr Dienstzimmer in dem Flügel des SS-Reviers, der zum Ausgang hin, also zum Kommandaturgebäude hin zeigte? Ja, ja. Also haben Sie sich nicht nach links gewendet, wenn Sie hochkamen, sondern sind Sie nach rechts gegangen? Doch, nach links. Ja, wie man hochkommt, egal. Gut. So, bitteschön. Wenn keine Fragen müssen. Herr Helmich, wir wollen doch mal davon ausgehen, wo Sie sich erinnerten. Sie erinnern sich noch sehr gut an den Vorfall bei der Weihnachtsfeier. Mit den beiden besoffenen Sanitätsdienstgraden, die Ihnen ihren eigenen Sprit gestohlen hatten. Und Sie haben außerdem gesagt, dass der Dr. Dienstbach, durchaus als militärischer Vorgesetzter, durchgegriffen und drei Tage eingesperrt hat. Ja. Sie haben also bei Ihrem SS-Revier einen durchaus militärischen Betrieb. Sie haben uns weiter gesagt, dass Desinfektionssache der Sanitätsdienstgrade war, die zunächst dafür ausgebildet wurden und dass diese Sanitätsdienstgrade nachher auch für Tötung von Menschen herangezogen wurden. Ja. Die Sanitätsdienstgrade unterstanden aber Ihrem SS-Revier, dem Standortarzt. Sie waren der Spieß. Ja. Ohne Befehl geschah ja schließlich nichts. Es konnte ja nicht einfach der Teuer losgehen und sagen, bring mal mal 100 Menschen, die will ich jetzt umbringen. Nein, das... Ja. Und Sie haben uns gesagt, das kam öfters vor, da war eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Das war also praktisch in den Dienstbetrieb eingeplant. Es ist doch reichlich unglaubwürdig, dass Sie sich auf die eine Sache mit der Weihnachtsfeier so genau erinnern, dass Sie nicht mal wissen, obwohl die Befehle, wenn sie schriftlich gegeben wurden, auf alle Fälle, wenn sie mündlich gegeben wurden, aber auch bei Ihnen durchlaufen mussten, ganz zwangsläufig durch die Art des Betriebs, dass Sie uns gar nichts mehr sagen können. Sie haben nun gewählt, Herr Vorsitzender, hat Sie gefragt, wollen Sie die Aussage verweigern, im Ganzen oder nicht? Sie haben gesagt, ich sage aus. Ja. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Gewissen erforschen müssen, Ihr Gedächtnis anstrengen. Ja, das tue ich auch. Das scheinen Sie aber nicht zu tun, wenn Sie das eine wissen, das andere, was viel schwerwiegender ist. Herr Vorsitzender hat Ihnen das schon gesagt, das ist doch ein ganz schwerwiegendes Ereignis, wenn Menschen in so großer Zahl umgebracht werden, dass Sie da gar nichts mehr von wissen wollen. Ich will Ihnen das nur vorhalten und Ihnen letzte Gelegenheit geben, vielleicht Ihr Gedächtnis doch noch etwas besser anzustrengen. Herr Vorsitzender, der Staatsanwaltschaft hat eine Reihe von Fragen. Ich möchte daher fragen, ob Sie die Pause einlegen. Ja, wollen wir erst die Pause einlegen. Und ich bitte, vielleicht den Herrn Wachtmeister anzuweisen, dass sichergestellt wird, dass der Zeuge während der Pause im Zeugenzimmer bleibt und der Grausen keine Verbindung aufnimmt. Das ist in Ordnung. Pause bis zum Viertel nach zehn. Herr Wilhelmi, können Sie sich an den Sanitätsdienstgrad Hantel erinnern? Im Namendach, ja, wie er ausgesehen hat, kann ich es im Augenblick nicht sagen. Wissen Sie, wann er gekommen ist? Entweder war das kurz vor meiner Versetzung oder sogar nachher. Um auf Ihre Versetzung noch einmal zurückzukommen, Sie haben den Standortarzt Dr. Wirtz noch erlebt als Ihren Chef. Ja. Kürzere oder längere Zeit? Als er ankam, kam ich die Treppe oben runter, er kam unten in die Tür rein und da fuhr er, ob ich der Wilhelmi wehre. Ich sagte, ja. Und da sagte er, also mit Ihrer Versetzung wird nichts, Sie bleiben da. Und da habe ich dann gesagt, ich mache es nicht mehr mit. Und dann schienen wir da Vertrepp im Krach auseinander und dann ging das in der nächsten Zeit nur noch, also mit Jawohl und kein Wort zu viel. Und nach einer Weile sagte er dann, dass er so keinen Zweck hätte. Er wollte, ich soll noch etwas bleiben, bis er eine gewisse Übersicht hat über den ganzen Grab und dann wollte er mich freigeben. Und dann haben Sie ihm die Übersicht verschafft, soweit das notwendig war und sind dann nach Buddi gegangen, ja? Ja. Da kam dann noch der... Also noch ein paar Wochen. Ein paar Wochen noch. Wie lange das war, weiß ich nicht mehr. Ja. Sie wollten sagen, da kam noch der... Ja. Da kam noch damals der Reichsarzt und sagte mir dann, dass meine Versetzung genehmigt wäre. Der Reichsarzt der SS Gravitz? Ja, ich weiß nicht mehr, es war so viel ich weiß, war es ein Gruppenführer, wie er hieß, weiß ich nicht. Gut, der wollte damals die... Ja. Und der Vorgänger von Dr. Wirz war das, der Dr. Uhlenbrock? Ja. Also ich sagte vorhin schon, dass in der Zeit zwischen Dr. Dinsbach war eigentlich der letzte offizielle Standortarzt. Und da mehrere, jetzt Dr. Schweler, der war auch Standortarzt damals. Auch Dr. von Botmann. Dr. von Botmann, jawohl. Die waren Landarzt, aber wie gesagt, damals ging alles so durcheinander, dass die acht oder vierzehn Tage da waren, wurden krank. Na nun will ich Ihnen hinsichtlich des Dr. Uhlenbrock eine Gedächtnisstütze geben. Haben Sie nicht mal erklärt, dass es der Dr. Uhlenbrock gewesen sei, der Ihre Versetzung... In Gang gebracht hat. In Gang gebracht hat. Also, was meinen Sie wohl, ist der Dr. Uhlenbrock der Vorgänger von Dr. Wirz gewesen? Herr Staatsanwalt, ich kann die vielleicht kurze Zeit einer der Vorgänger, denn es war ja so, ich kann mich an die Reihenfolge, wie das... Können Sie sich nicht mehr erinnern, Sie meinen also einige Zeit vor Dr. Wirz, Dr. Uhlenbrock damals? Ja. Nun, Herr Wilhelmi, wo haben Sie denn geschlafen? Da in Auschwitz, in welchem Gebäude? Ich habe geschlafen bis... Also erst war ich im Kommunalaturgebäude untergebracht, im Anfang. Und dann zog ich mit Dr. Porpirsch raus, nach dem, gegenüber vom Führerheim, wo im ersten Stock... Ja, gut. So genau will ich es nicht wissen. Also jedenfalls in der Nähe vom Führerheim. Ja. Haben Sie ein Zimmer für sich alleine gehabt? Ja. Ja. Hat der Teuer da irgendwo in der Nähe gewohnt, wo Sie geschlafen haben? Nein. Haben Sie mit dem Teuer gelegentlich gesprochen? So waren ja der Vorgesetzte. Ja. Ja. Ist es nicht so gewesen, dass der Teuer ein ziemlich großspuriger, prahlerischer Mann gewesen ist, der über die Dinge, die er da hat machen müssen, bei den Vergasungen breit und ausführlich geplaudert hat? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Er hat mir immer gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, er sagte mir immer, es ist furchtbar. Er sagte Ihnen immer, es ist furchtbar. Ja. Nun ist doch da eine ganze Organisation eingeschaltet gewesen bei der Abwicklung dieser Aktionen. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, was die Ärzte damit zu tun hatten? Ja. Was hatten die zu tun? Also es gab Truppen und Lagerärzte und das wechselte gelegentlich. Einer machte mal Truppenarzt, der andere Lagerarzt. Ganz richtig, ja. Also ich meine jetzt, was taten die Truppen und die Lagerärzte im Zusammenhang mit diesen Aktionen? Ja, es musste immer ein, ein, ein Arzt musste immer hin, wenn ein Transport ankam. Wo kam der an? Das musste an dem Anschlussgleis, was das Lager hatte. An dem Anschlussgleis. Ist Ihnen der Name Rampe ein Begriff? Das man nachher und jetzt durch die... Nein, von damals, wir wollen jetzt von damals sprechen, was Sie damals wussten. Rampe? Ja. Hatte der Dienst, den die Ärzte da machen mussten bei der Ankunft solcher Transporte, eine besondere Bezeichnung? Beispielsweise Rampendienst. Oder wie lautete das? Ich glaube, dass, wie ich das Wort jetzt höre, dass ich das sagen kann. Dass Sie das damals auch so gehört haben, dass die zum Rampendienst mussten. Wo wurde denn das Zyklon B, also das Gas, was für die Vergasung benutzt wurde, wo wurde das denn aufbewahrt? Wo wurde das abgeholt, wenn es zur Gaskammer gebracht wurde? Von wo wurde das abgeholt? Also ich selbst... Bei der ersten Vernehmung damals bei mir, da fiel das Wort... Wir wollen nicht von dieser Vernehmung jetzt sprechen, wir wollen wissen, ob Sie sich erinnern können daran, wo das Gas aufbewahrt wurde. Darf ich mir mal erlauben, die Frage zu stellen, wie das Gebäude damals hieß? Ich weiß, ich komme jetzt im Augenblick nicht drauf. Das Theatergebäude? Das Theatergebäude, ja. War das hinten am anderen Ende des Lagers gegenüber von dem Standortarzt? Ja, wo dann später der Speisesaal war. Wo später der Speisesaal war. Ja. Wo kam das Gas denn hin, nachdem der Speisesaal dort eingerichtet wurde? Das weiß ich nicht. Haben Sie irgendwelche Feststellungen darüber treffen können damals, ob ein Rotkreuzwagen vor Ihre Dienststelle fuhr, um den Arzt und die Sanitätsdienst gerade zu holen, wenn Vergasungen waren? Also Wissen tue ich nicht, halte aber es vermöglich. Es könnte sein, dass ich das gesehen habe, aber im Augenblick... Wenn nun ein Rotkreuzwagen dazu erforderlich war, gab es denn da noch eine andere Vergasungsstelle als das alte Krematorium? Denn das lag ja direkt gegenüber. Wenn man dazu noch ein Auto brauchte, musste das ja wohl etwas weiter weg gewesen sein. Das muss dann später in Birkenau gewesen sein. Muss. Haben Sie damals davon erfahren, dass da in Birkenau auch noch so etwas war? Zeitmäßig weiß ich nicht, wie das war, aber ich habe dann später auch erfahren, dass draußen in Birkenau das Große gebaut wurde. Ist denn in dem alten Krematorium gegenüber Ihrer Dienststelle bis zu Ihrem Weggang im September, Oktober 1942 vergast worden? Ich meine, das hätte nachher... wäre es weniger geworden. Im Sommer? Ja. Im Sommer. Und haben Sie jetzt ein Erinnerungsbild, ob vielleicht damals schon die anderen Gastkammern in Birkenau in Betrieb waren? Als es weniger wurde? Ich glaube ja. Sie glauben ja. Nun, Herr Wilhelmi, wie erfuhr denn der Sanitätsdienstgrad, der Desinfektor und der Truppen- bzw. Lagerarzt oder der Standortarzt, dass solche eine Aktion im Gange war, dass er also an ihr teilnehmen musste? Wie erfuhr der das denn? Das kam von der Kommandantur rüber. Das kam von der Kommandantur rüber. Wohin rüber? Wurde da bei Ihnen angerufen? Also meine, soweit ich mich entsinne, bekamen die Betreffenden direkt Bescheid. Soweit Sie sich entsinnen, bekamen die Betreffenden direkt Bescheid? Ja. Und von wo bekamen Sie Bescheid? Von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager? Von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager. Wie war das denn auf Ihrer Dienststelle? Wie wurde das denn gehandhabt? Da musste doch jeder wissen, wann er dran war. Wurde da bezüglich des Rampendienstes und des Dienstes der Desinfektoren ein Dienstplan aufgestellt? Also ich habe keinen aufgestellt. Das weiß ich ganz genau. Das habe ich Sie im Moment auch nicht gefragt, Herr Wilhelm. Ich habe gefragt, wurde dort ein Dienstplan aufgestellt? Also meines Wissens nicht. Ja, woher wusste denn der, der anrief von der Kommandantur oder vom Schutzhaftlager, wen er anrufen sollte? Ich meine, es waren ja also immerhin, wir wollen mal die Zahlen niedrig schätzen. Es waren doch vier Ärzte zur Wahl mindestens. Ja, 42 nicht immer. Na ja, dann waren es drei, Herr Wilhelmi. Wir wollen uns nicht um Zahlen streiten. Aber die sind doch nicht immer alle zusammen da rausgegangen, oder? Nein, das ist das ständig. Ja, also die von der Kommandantur, die mussten, oder vom Schutzhaftlager, die mussten doch wissen, an wen sie sich wenden sollten. Vorausgesetzt, es wurde nicht bei Ihnen angerufen. Und von Ihrer Dienststelle aus wurden dann die entsprechenden Leute benachrichtigt. Was mir an sich, was mir persönlich sinnvoller erscheinen würde. Würden Sie Ihr Gedächtnis nicht doch nochmal erforschen, ob das so gewesen ist? Insbesondere, ob Sie sich selbst noch daran erinnern können, dass Sie so ein Gespräch entgegengenommen haben. Herr Staatsanwalt, ich bitte, hierzu Folgendes sagen zu dürfen. Ich war, wie ich schon vorhin erwähnte, war ich in der Zeit, im Februar, März, wo das erste wohl richtig anlief, war ich nicht da. Und da hat sich, als ich zurückkam, der ganze Betrieb schon eingespielt gehabt. Na, dann schildern Sie doch, wie er sich eingespielt hatte. Ja. Das ist für uns hier in diesem Zusammenhang von erheblichem Interesse zu wissen, was da technisch vor sich gegangen ist. Also schildern Sie das mal. Wie ist es gekommen, dass der Arzt zur Rampe gegangen ist? Wie ist es gekommen, dass der Sanitätsdienst gerade zur Gaskammer gegangen ist? Das waren Angehörige Ihrer Dienststelle. Das müssen Sie als Spieß doch wissen. Das ist doch nicht von ungefähr passiert. Nein, ist es auch nicht. Jedenfalls weiß ich ganz genau, dass ich keinen Dienstplan aufgestellt habe. Und das... Bestand denn ein Dienstplan für den Rampendienst? Also in meiner Zeit weiß ich von keinem Dienstplan. Ja, nun, wie erklären Sie sich denn nun, Herr Wilhelmi, dass die Leute das wussten? Wollen Sie etwas sagen, dass das alles außerhalb des Bereichs des Standortarztes gemacht wurde, dass die Kommandantur oder das Schutzhaftlager immer genau Bescheid wussten, wer da dran kam? Schauen Sie, das klingt doch nur wirklich wenig glaubhaft. Und ich glaube Ihnen, wenn Sie sich nun auch noch erinnern können, was passiert ist, als der Dr. Wirz die Treppe raufkam und Sie sich da unterhalten haben. Also das sind doch Vorgänge, an die Sie bestimmt noch eine Erinnerung haben, Herr Wilhelmi. Und selbst wenn Sie nicht direkt damit beteiligt gewesen sind, dass Sie damals genau erfahren haben, wie das vor sich gegangen ist. Das ist doch, wenn ich Ihnen das vorhalten darf, ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Dienstes gewesen, der in Auschwitz von den betreffenden Personen gemacht wurde. Das ist ja nicht nebenher gelaufen. Also ich muss tatsächlich, also ehrlich wiederholen, dass ich, dass die Möglichkeit besteht, dass ich da mal irgendeinen Befehl weitergegeben habe. Aber von uns, vom Standortarzt wurde kein Dienstplan aufgestellt. Gut. Ohne, also es sei, dass es nun gekommen ist, dass der Betreffende einen aufgestellt hat und hat er es denen persönlich weitergegeben. Welcher Betreffende? Der für den Standortarzt, der damals da zuständig war. Dass der den Dienstplan, hat der irgendwo gehangen? Nein, ich weiß nichts davon. Sie wissen nichts davon? Nein. Wenn Sie sich also jetzt dunkel erinnern können, dass Sie möglicherweise mal so ein Telefongespräch entgegengenommen haben, von wo kam dieses Telefongespräch denn? Das müsste von der Kommandantur gekommen sein. Es müsste von der Kommandantur. Und von wem dort? Von der Kommandantur? Von irgendeinem, von dem Spieß dort oben oder von irgendeinem anderen. War es der Kommandant, der Sie angerufen hat? Nein. Bestimmt nicht, was? Nein. War es der Adjutant? Möglich. Also... Das könnte möglich sein, ja? Das könnte möglich sein, ja. Dass der Adjutant Sie angerufen hat. Sagen Sie, können Sie sich noch an den Adjutanten Mulca erinnern? Ja. Wie haben Sie denn den Adjutanten Mulca in Erinnerung? Als streng. Als scharf auch? Er war ja Richtsoffizier. Das ist eine andere Frage. Ja. Streng, Sie kennen den Unterschied zwischen streng und scharf? Ja. Ja? Würden Sie sagen, dass er als scharfer vorgesetzt hat? ... dass das so lange dauert. Von Mulca? Ja. Ja. Und da ging ich lieber Mulca aus dem Wege. Ja. Und außerdem hatte ich noch von der politischen Abteilung mal einen mündlichen Auftrag gekriegt, dass ich ein Häftling, der Schreiber war, im Lager nicht gehen lassen dürfe, weil er zu viel wüsste. Und wenn da irgendeine Entlassung kommen soll, dann sollte ich sofort das melden. Wem? Und der politischen Abteilung. Ja. Und als der eines schönen Tages wurde er doch entlassen. Und da bin ich, als mir das morgens ein Häftling meldete, bin ich verschwunden und bin den ganzen Tag nicht wiedergekommen. Ja. Denn wenn das dann durchgekommen wäre, dann wäre ich dran gewesen. Und was hat das mit Mulca zu tun? Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich vor Mulca Angst hatte. Sie hatten vor Mulca Angst. Sie haben mal gemeint, mehr oder weniger alle hätten vor ihm Angst gehabt. Ja. Das glaube ich auch sagen zu können. Das glauben Sie sagen zu können. Nun, Herr Wilhelmi, wie ist das denn mit den Meldungen über die verstorbenen Häftlinge gewesen? Ist da von Ihrer Dienststelle aus ein Tagesrapport gemacht worden? So und so viele sind gestorben. Und wenn ja, wo ist das hingemeldet worden? Herr Wilhelmi, da kam jeden Tag vom Krankenbau, also vom Häftlingslager, kam jeden Tag eine Totenmeldung rüber. Die wurde per Fernschreiber oder per Funk, nein, per Funk nach Eureinbrüche gegeben. Und ehe sie per Funk weitergegeben werden konnte, musste sie doch zur Funkstelle gebracht werden, ja? Ja. Und die war im Haus der Kommandantur? Ja. Wurde das direkt vom Standortarzt zur Funkstelle gebracht oder ging das erst, wenn auch in Abschrift... Direkt zur Funkstelle. Direkt zur Funkstelle. Ja. Hat die Kommandantur von diesen Meldungen Abschriften bekommen? Ich glaube nicht. Meinen Sie, dass es den Kommandanten nicht interessiert hat? Das wurde ja vom Schutzhaftlager direkt gemeldet an die Kommandantur. Aha, diese Meldungen gingen vom Schutzhaftlager über die... An die Kommandantur, ja. Über die Häftlinge, die dort untergebracht waren, über die, die krank waren und über die, die verschwunden sind. Und jeden Tag der, 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 ähm, die Zählung und da musste ja jeden Tag, musste ja da da genaue Aufführung weitergegeben werden. Ja. Wie hoch waren denn die Zahlen im Verhältnis zur Belegstärke? Die waren immer verhältnismäßig hoch und besonders gingen sie in die Höhe, wenn der Winter kam. Wenn der Winter kam. Ja. Können Sie noch Zahlen nennen? Leider nein. Waren es Hunderte manchmal? Manchmal waren es Hunderte, ja. Waren es manchmal Tausend oder mehr als Tausend pro Tag? Nein, also ich glaube nicht, dass es mehr als Tausend waren. Aber daran, dass es Hunderte waren pro Tag manchmal, können Sie sich erinnern. Können Sie sich auch noch daran erinnern, dass ein ganzer Block ins Gas geschickt wurde, weil die Leute erkrankt waren an irgendeiner Seuche? Als ich von meinem Examsurlaub zurückkam, da wurde mir erzählt, dass das passiert wäre. Und... Haben Sie das einmal gehört oder mehrmals gehört? Nein, das... ...habe ich nur einmal gehört. Das haben Sie nur einmal gehört. Und ich... Ja. Und ich glaube jetzt sagen zu können, dass ich es von teuer gehört habe. Sie haben es von teuer gehört. Ja. Nun sagen Sie, das sei gewesen, als Sie Examensurlaub gehabt hätten. Ja. Und wann war der Examensurlaub? Das war von Februar bis März. März. An eine solche Aktion, die sich im Ende August 1942 abgespielt hat, können Sie sich daran noch erinnern? Nein, das kann ich nicht mehr. Kann es möglicherweise ein Gedächtnisfehler bei Ihnen sein, dass die Aktion, von der Sie sprechen, im August war? Wenn ich Ihnen das, wenn ich Ihnen das vorhalte? Nein. Herr Rechtsanwalt, Dr. Lattern, Sie wollten gerne etwas sagen, glaube ich. Na, er hat gemeint, die Frage wäre nicht so. Nein, 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 ich wollte nichts sagen. Das können Sie doch gar nicht wissen. Also... Ich höre dauernd, dass Sie etwas reden. Ich dachte, Sie wollten vielleicht etwas sagen. Bitte schön. Es stört, Herr Vorsitzender, es stört erheblich bei der Vernehmung, wenn da drüben auf der Bank laut dazwischen gesprochen wird. Ich habe nicht laut dazwischen gesprochen. Ich verbitte mir das, Herr Staatsanwalt. Also, meine Herren, ich bitte nunmehr, dieses Gespräch zu beenden. Es wird außer von dem, der das Wort hat, nicht gesprochen. Das ist ein klare Fall. Bitte schön, weiter. Nun, Herr Wilhelmi, können Sie sich noch daran erinnern, dass mal Russen in das Lager gebracht wurden? Ja. Waren das Kriegsgefangene? Waren Kriegsgefangene? Wieviel waren das ungefähr? Ich weiß. Das war eine runde Zahl gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Können es, kann diese runde Zahl 10.000 gewesen sein? 5 oder 10.000, ich weiß nicht. 5 oder 10.000. Ich, also die... Ja, gut. Können Sie sich noch daran erinnern, wie die Essensrationen bemessen waren? Die waren so gering, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr viel übrig geblieben war. Wollen Sie damit sagen, dass Ihres Wissens damals die Essenrationen so gering waren, dass die davon nicht leben konnten? Ja. Ja. Und dazu kam ja die Unterbringung. Ja. Wo waren die denn untergebracht? Na, wie hieß das noch? Im Stammlager? Nein, das war im Birkenau draußen. In Birkenau draußen. Waren nicht auch welche im Stammlager? Davon weiß ich nichts. Davon wissen Sie nichts? Nein. Existierte denn damals Birkenau schon? Wann wurde das denn aufgebaut? Ich glaube, der, also der Bau des Lagers Birkenau wurde 41 angefangen. 41 angefangen. Nun, Herr Wilhelmi, habe ich noch folgende Frage an Sie im Zusammenhang mit der Abwicklung dieser Aktionen. Sie wissen, wovon ich spreche, also der Vergasungsvorgänge. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, dass der Adjutant, der Adjutant, ich spreche jetzt nicht von einem bestimmten, es gab ja mehrere dort im Laufe der Zeit, dass der Adjutant damit irgendetwas zu tun hatte? Er muss ja wenigstens die, denn es ging ja alles über die Kommandantur und wenn es keiner wusste, musste der Adjutant das wissen, wann die Züge kommen und so weiter. Haben Sie mal einen höheren Offizier, also haben Sie mal einen Offizier, wir haben ja bis jetzt nur, außer von den Ärzten, von Sanitätsdienstgraden gesprochen und das waren ja keine SS-Führer. Ich will nicht sagen Offizier, sondern SS-Führer. Haben Sie mal bei diesen Vergasungsaktionen beim alten Krematorium, das Ihrem Dienstzimmer gegenüber lag, es ist Führer gesehen, dass die damit irgendwie im Zusammenhang standen, dass die dabei standen, aufpassten, irgendwie. Also die nicht zur Dienststelle des Standortarztes gehören. Ja. Also gesehen habe ich welche, aber wer es war, kann ich mich heute auch nicht mehr erinnern. Ob Sie den Kommandanten gesehen haben? Kommandanten habe ich gesehen, ja. Einen Adjutanten? Also nicht, dass ich es beeilen kann. Eine Erinnerung, ob Mulca dabei gestanden hat? Nein, leider nicht. Haben Sie nicht? Nein. Haben Sie Angehörige von der politischen Abteilung dabei gesehen? Von Grabner weiß ich es. Von Grabner wissen Sie es, ja. Haben Sie eine Erinnerung daran, was die politische Abteilung im Zusammenhang mit diesen Aktionen für Funktionen auszuüben hatte? Nein, kann ich nicht bestimmte sagen. Bedeutet es Ihnen eine Erinnerungsstütze, wenn ich Ihnen sage, dass Sie möglicherweise mit der Abzählung befasst waren? Also so und so viel sind gekommen, so und so viel sind vergast worden, so und so viel wurden ins Lager untergebracht? Nein. Herr Wilhelm, ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Dr. Uhlenbrock und möchte Sie also nochmals fragen. Sie haben gesagt, er war Standortarzt, ja? Ja. Daran können Sie sich mit Sicherheit erinnern? Er hat die Geschäfte des Standortarztes wahrgenommen. So wollen Sie es formulieren, ja. Und haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie lange das möglicherweise war? Möglicherweise 14 Tage, drei Wochen. Ich glaube, nicht länger. Nicht länger? Nein. Ich glaube, das war schon mit drei Wochen das Allerhöchste. Allerhöchste, ja. Ja. Haben Sie noch eine Erinnerung an den Namen dieses Häftlings, der nicht entlassen werden sollte? Er heißt mit dem Vornamen, nur den Vornamen, Kasimir. Was aus ihm geworden ist, wissen Sie nicht. Doch, ich habe ihn in Krakau 1944 getroffen. 1944 haben Sie ihn in Krakau getroffen. Warum wusste der denn zu viel? Was hatte der denn da für eine Stellung, dass der zu viel wissen konnte? Tja, da ging ja alles, in der Häftlingsschreibstube ging ja alles durch. Im Krankenbau. Und der war, wie gesagt, war der dem öffentlichen Abteilung zu gefährlich, wenn er rauskommt. Was ging da beispielsweise durch, durch die Dienststelle des Standortarztes, was so besonders gefährlich sein konnte? Ich meine, normalerweise die Behandlung von Kranken ist ja doch kein Staatsgeheimnis. Ja, ich nehme an, dass das, das ist ja so, die Häftlinge, die da in der Schreibstube waren, die mussten ja dann nachher noch die Leute papiermäßig beerdigen. Ja, und sagen Sie mal, die mussten die Leute papiermäßig beerdigen, ja. Ja, das ist... Haben Sie darüber auch eine gewisse Kontrolle ausgeübt, über die Totenmeldungen? Ist Ihnen das vorgelegt worden? Die Totenmeldungen, ja. Ja. Und wohin haben Sie die weitergegeben? Die gingen durch die öffentlichen Abteilung. Also ich bin mir nicht vorgelegt, sie liefen aber bei mir durch. Sie liefen bei Ihnen durch, ja. Kamen vom Krankenbau? Kamen vom Krankenbau, ja. Liefen bei Ihnen durch und gingen dann wohin? Zunächst ging ein Teil, also es waren mehrere Ausfertigungen, da blieb ein Teil im Krankenbau, einer ging nach der öffentlichen Abteilung und doch, soviel ich weiß, einer nach Oranienburg. Einer nach Oranienburg. Also ob das nun genau stimmt, kann ich jetzt nicht beschwören. Sagen Sie, wenn dieser Häftling möglicherweise zu viel wissen konnte, ist es nicht so gewesen, dass manchmal eine Anordnung kam, dass insgesamt so und so viele Häftlinge, die im Häftlingskrankenbau waren oder sonst eine bestimmte Zahl zu vergasen war? Natürlich mit einer Umschreibung gesondert unterzubringen oder es sonder zu behandeln oder sonst wie? Ja, das ging nicht, das wurde dann im Lager abgemacht. Wie das nun da vor sich gegangen ist, weiß ich nicht. Über Ihre Dienststelle, Sie haben sowas nicht in der Hand gehabt? Nein. Ist das nicht gekommen? Das wurde so, na. Haben Sie damals gewusst, Herr Wilhelmi, dass im Häftlingskrankenbau im Stammlager Häftlinge durch Einspritzungen getötet wurden? Nein. Ich habe nur mal am Schluss hintenrum erfahren, dass das passiert ist. Und wer soll da beteiligt gewesen sein? Also namentlich weiß ich auch niemand. Haben Sie da gar keine Erinnerung dran, dass das zu irgendwelchen Gesprächen geführt hat? Nein. Nicht? Keine Frage mehr. Herr Riesmann-Ormond. Herr Zeuge, Sie haben vorhin von Ihrem Versetzungsgesuch gesprochen. Ja. Wann dürfte das ungefähr zeitlich gewesen sein, dass Sie sich weggemeldet haben? Also, dazu möchte ich Folgendes sagen. Mein erster Standardarzt, der wohnt mit mir draußen in, extra, wurden als Ausdruck des Lagers und wir saßen oft abends zusammen, wir kamen so abends menschlich näher. Und der sagte mir oft, Wilhelmi, wir zwei passen nicht hier rein. Und als er in seiner Versetzung kam, sagte er mir, das ist eine Strafversetzung, Wilhelmi nimm dich in Acht. Und von da an versuchte ich, herauszukommen. Und als ich dann von meinem Examensurlaub zurückkam, da traf ich zufällig mit einem damaligen Gruppenführer Dr. Cäsar zusammen. Und er wollte Verschiedenes von uns haben für seine Kreuzungsversuche. Und da sagte ich, na, Sie brauchen noch das und brauchen das und brauchen das. Und er sagte, was sind Sie von Beruf und so weiter. Und dann sage ich, so und so, ich bin das und das. Dann sagte er, also, sowas suche ich schon in ganz Europa und ausgerechnet als hier im Lager rum. Und man muss noch etwas unterhalten. Also, ich will sehen, dass ich Sie rüberziehe. Sind Sie damit einverstanden? Das sagte ich, jawohl. Und nun ging das hin, also von, versucht habe ich es, also von Ende 1941 bis, da war aber keine Möglichkeit, konnte ich sehen, bis der Dr. Cäsar kam. Und dann hat wohl Herr Dr. Cäsar mit Dr. Uhlenbrock gesprochen. Und das war kein schriftliches Gesuch, das wurde so von den Herren besprochen. Und erst im Herbst kam ich das Gesuch dann genehmigt. Wer das nur schriftlich gemacht hat, von mir aus ist es nicht gegangen. Wer das schriftlich gemacht hat, ob überhaupt was schriftliches gemacht worden ist, weiß ich auch nicht. Ja, nun, wie glauben Sie denn, dass der Reichsarzt SS, der doch ein ganz hohes Tier gewesen ist, von Ihrem Gesuch gewusst hat, wenn nicht irgendetwas vorlag, etwas schriftliches, auch von Ihnen? Ja, ich habe mich auch gewundert, wie der dazu kommt. Ich war mir erfreut. Also, wer hat Ihnen denn damals, Sie haben vorhin jemand genannt, gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Das war Herr Dr. Wirz gewesen. Der Dr. Wirz. Ja. Und das Gesuch gelaufen müsste sein unter Dr. Uhlenbrock oder unter seinem Vorgänger noch. Ja, also, das war schon in Oranienburg bekannt. Und da wurde wohl, als der, nun war es allgemein so üblich, dass die Ärzte, ehe sie nach, zu uns kamen, erst noch in Oranienburg waren. Und dadurch, dass es gehört hat, dass ich weg wollte, und das fällt mir ein, Herr Verteidiger, ich nehme an, dass Dr. Cäsar auf dem Dienstweg nach oben mich angefordert hat. Und dass dadurch der Reißarzt es ist, gewusst hat er von. Sagen Sie, Herr Zeuge, war denn für Sie maßgebend, dass Sie lieber in die Landwirtschaftsabteilung aus beruflichen Gründen wollten, oder war maßgebend für Sie, dass Sie die Dinge, die Sie da sehen mussten beim Standortarzt, nicht durchstehen konnten und wollten? Verstehen Sie mich? Maßgebend war, dass es das nicht durchstehen konnte. Ich wäre bald zugrunde gegangen. Sagen Sie, sind Sie später noch befördert worden? Nein, nicht mehr. Was war Ihr letzter Dienstgrad? Oberscharführer. Haben Sie irgendwelche sonstigen Nachteile gehabt von diesem sich wegmelden? Ja. Haben Sie, sind Sie mal von der politischen Abteilung vernommen worden? Nein, 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 nein. Ich wurde nur im Großen und Ganzen links liegen gelassen. Von wem? Na, von meiner früheren Dienststelle und auch von Kommandantur und so weiter. Von der Kommandantur in Wiesofern? Nein, ich meine, ich kenne jetzt dann eine ganz andere Dienststelle an. Wir können also direkt im Amt W5 an, in dem, oder wie ich es hieße, und das war denn die, die, in Oranienburg bei der Inspektion die Betriebe, also die landschaftlichen Betriebe. Ja. Und da war, das war wieder ein anderer Dienstweg. Sind Sie zur Kommandantur gerufen worden? Ist Ihnen dort ein Tadel, eine Verwarnung etwa ausgesprochen? Nein, nicht. Nicht? Nein. Sagen Sie etwas anderes. Sie sind vorhin vom Herrn Staatsanwalt gefragt worden, wegen dieser Aktion, in der die Häftlinge eines Krankenbaus in den Tod geschickt worden sind. Nicht wahr? Ja. Verbinden Sie diese Aktion mit einem ganz bestimmten Standortarzt? Denken Sie mal nach. Immerhin waren Sie doch der Spieß gewesen. Ja. Als ich damals zurückkam, da war Dr. Schweler Standortarzt. Und der ist dann nachher. Er ist krank geworden. Könnte es auch Dr. Uhlenbrock gewesen sein? Könnte dieses Ereignis in diese 14 Tage bis drei Wochen gefallen sein, in denen Dr. Uhlenbrock die Geschäfte des Standortarztes wahrnahm? Ich glaube nicht. Genaueres wissen Sie nicht darüber? Nein. Wissen Sie, ist darüber vorher, vor der Aktion, nicht auf der Dienststelle des Standortarztes gesprochen worden? Nein. Ist das nicht ein besonderes Ereignis, ein einmaliger Fall gewesen, dass ein ganzer Krankenbau mit, ich glaube, 850 oder 750 Menschen vergast worden ist? Ja, das ist schon, allerhand ist das schon. Aber gesprochen wurde ist meines Wissens nicht darüber. Herr Zeuge, Sie haben doch den Rapport bekommen, den sogenannten Sterberapport, am nächsten oder am übernächsten Tag. Da hat auf einmal der ganze Bestand eines Krankenblocks, ich glaube, genau die 746 Menschen, gefehlt. Es ist doch naheliegend, dass Sie mit Ihrem Standortarzt oder mit sonst einem maßgebenden Mann darüber sich unterhalten haben. Darf ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen? Bitte. Es gab Sterberapporte, Sterberapporte vom Abendappell zum Morgenappell, wie viele Häftlinge da umgekommen waren. Vom Morgenappell zum Mittagsappell und vom Mittagsappell zum Abendappell. Und da müssten in der Zeit vom Abendappell bis zum Morgenappell, ich nehme an, dass das abends oder nachts gemacht worden ist, so und so viele Menschen auf einmal gefehlt haben. Das fiel Ihnen als Spieß doch auf. Darf ich Ihnen dazu etwas sagen? Also die Appellzahlen bekamen wir nicht. Wir bekamen nur lediglich die Totenmeldung vom Krankenbau. Gut, also wie Sie diese Meldung bekommen haben, 746 Mann bisher Block 20 HKB zu streichen und überall Kreuzchen waren. Was haben Sie da getan? Ich nehme an, dass diese Zahlen verteilt wurden. Wieso nehmen Sie das an? Das war doch der Infektionsblock. Herr Zeug, so etwas muss man doch in der Erinnerung behalten. Ich nehme an, dass die gesamte Zahl auf drei, vier Tage verteilt wurde, damit sie nicht auffiel. Aha, das könnte sein. Glauben Sie sich jetzt daran zu erinnern, dass es so gehandhabt wurde? Also, das wurde schon allein, das wurde so gehandhabt. Und zwar war das deswegen schon allein nicht möglich, weil das mit den Maschinen ja gar nicht geschafft werden konnte. Was für eine Maschine? Die Schreibmaschine. Ja. Es konnten nicht so viele Sterbeurkunden in so kurzer Zeit geschrieben werden. War diese Handhabung, hat die beruht auf einer Anordnung des Standortarztes, dass der erklärt hat, wir verteilen die Sache so und so, sorgen Sie dafür? Nein. Eine Anordnung war das nicht, das war, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber vor allem war das da. Herr Zeuge, eine andere Frage. Es ist vorhin von der Weihnachtsfeier gesprochen worden, die Sie ja recht gut in Erinnerung hatten. Sagen Sie, gab es denn überhaupt Weihnachtsfeiern bei der SS? Tja, es wurde, also, da hieß es Julfeier. Julfeier hieß das, gut. Wann ist denn jeweils diese Julfeier vorgenommen worden? Doch wohl einige Zeit vor Weihnachten, nicht? Ich nehme es an, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Datum weiß ich nicht mehr. Das müsste vor Weihnachten gewesen sein. Na, also, so aus der Erinnerung raus, eine Woche, vier Tage, fünf Tage, mit Weihnachten selbst durfte es doch wohl nach SS-Begriffen nichts zu tun haben und nicht zusammenhängen, nicht wahr? Nein. Also, es wird dann, also, jetzt muss ich gefühlsgemäß sprechen, es wurde dann wahrscheinlich so gemacht, ehe die ersten in den Urlaub fuhren, dass das erledigt war. Sie meinen, erst die Julfeier, dann die Leute auf Urlaub? Ja, ja. Aha. Und wann gingen wohl Ihre Leute auf Urlaub? Sie sind doch sicher auch ein, zweimal auf Urlaub gewesen in der Zeit, nicht? So am 20. rum? So am 20. rum nehme ich an, ja. Aha. Und vorher war die Julfeier? Ja. Aha. Und dann bekamen infolge der Julfeier Claire unter anderem ihre drei Tage Arrest? Ja, ich weiß nur nicht, wann das nun abgesessen worden ist, weiß ich es nicht mehr. Dann wollte ich Sie noch was wegen des Professor Krämer fragen. Sagen Sie, das war doch, Sie sind vorhin gefragt worden, ob Sie den Namen in Erinnerung hätten. Ja. Sie haben da nur eine verschwommene Erinnerung gehabt. Ja. Ich will Ihnen jetzt ein bisschen nachhelfen. Der Mann war nämlich Universitätsprofessor gewesen. Und es war doch sicher kein alltägliches Ereignis, das unter den SS-Ärzten in Auschwitz ein Universitätsprofessor war. Ich glaube, das ist der einzige Fall. Oder? Vielleicht noch Klauberg. Können Sie sich nicht an den Mann und mit wem er zu tun hatte erinnern? Ich weiß, es war meiner da. Wie er aussah, wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Ob das nun Dr. Krämer war oder nicht, kann ich nicht sagen. Nicht mehr? Nein. Gut, ich habe keine weiteren Fragen. Danke schön. Sie haben Herrn Kollegen Ormond auf seine Frage, warum Sie sich haben versetzen lassen, geantwortet, weil Sie sonst seelisch zugrunde gegangen wären. Ja. Ja, ich habe Sie recht verstanden. Woran wären Sie denn seelisch zugrunde gegangen? Können Sie uns das nicht etwas spezieller sagen? Wir sprechen schon heute seit frühmorgens von Ihrer Tätigkeit, aber ich glaube, die Frage ist berechtigt, dass Sie das spezifizieren sollten. Woran wären Sie seelisch zugrunde gegangen, wenn Sie weiterhin der Spieß, also in dieser Position geblieben wären? Ja, weil man so viel gesehen bzw. gehört hat, dass man das und das wusste, dass das alles nicht in Ordnung war. Was haben Sie denn nun gesehen? Leider haben wir davon nichts von Ihnen gehört. Was haben Sie denn nun gesehen? Das war schon der ganze Betrieb, alles und man hat hinterher was gehört, was gesehen, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Was war nicht in Ordnung? Und was bedeutet das nicht in Ordnung? Können Sie uns dazu etwas Näheres sagen? Ich will nicht nochmal in die gleichen Ermahnungen verfallen. Sie sind sogar verpflichtet, nachdem Sie sich nun entschlossen haben, auszusagen, das näher zu sagen. Ja, aber jetzt ist mir... Das fing schon von vornherein mit im Lager mit an, dass für die Häftlinge keine genügend Verpflegung da war, dass keine Behandlung möglich war. Und dass die auf gut Deutsch schon von vornherein, mal sagen, also... Na, also... ...eingehen mussten, nur weil das Primitivste nicht da war. Nur also in Budi, wohin Sie kamen, war die Verpflegung und die Behandlung der Häftlinge ja auch wohl nicht wesentlich besser, wenn es sich nur um die allgemeine Behandlung handelte. Nun, wir kennen aus Budi, Sie sind ja danach gefragt worden, Sie haben gesagt, Sie wissen es nicht, Vorgänge, die also ganz erschütternd in der Hinsicht sind, bezüglich der Behandlung der Frauen, die dort arbeiten mussten und die unter dem Kommando von Sittendirren standen, die dort hingewiesen waren. Herr Broert hat sich sehr eingehend in seinem Bericht, den er den Engländern gegeben hat, weit eingehender dazu geäußert, als Sie sich äußern. Also schön, ich möchte die Geduld des Gerichts nicht auf die weiterhin so über Gebühr in Anspruch nehmen, um bei der Versetzung zu bleiben. Sie sagten, die wurde genehmigt. Von wem wurde die? Wie verlief die technisch? Wer hatte die zu genehmigen, nachdem das nun also alles durchgestanden war, zwischen Cäsar und Klauberg und Oranienburg, wer machte das? Das konnte doch nur eine Dienststelle machen, die klammermäßig über beiden Dienststellen stand. Sowohl über der Dienststelle, der Sie angehört hatten, nämlich dem Standortarzt, wie der Dienststelle, zu der Sie kommen sollten, nämlich der Landwirtschaft, die unter Dr. Cäsar stand. Wer machte das? Das muss über die Inspektion gegangen sein. Ich möchte nicht wissen, worüber es gegangen sein muss. Das müssen Sie ja nun letzten Endes wissen, denn es ist ja Ihre ureigenste Angelegenheit gewesen. Wer machte das? Wer machte diese Versetzung? Also mir sagte damals der Herr... Von wem bekamen Sie die Genehmigung? Sie müssen doch von irgendjemandem die Mitteilung bekommen haben. Wie hat damals, als dieser höhere SS-Arzt da war, der hat mir gesagt, Wilhelmi, Ihre Versetzung ist genehmigt. Von wem? Ja, wahrscheinlich von ihm dann. Wer hat Ihnen... Und das genügte? Daraufhin haben Sie Ihre... Nein, 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 das kam dann... Sie sind abgezogen. Das kam dann nachher schriftlich. Von wem kam es schriftlich? Von wem? Sie waren der Spieß. Auch für andere mussten Sie doch wissen, von wem kam das? Von welcher Dienststelle? Das kam nachher über die... über den leidenden Arzt. Was heißt über? Von welch? Wer hat unterschrieben? Wir sind auch nicht... Sie haben gesagt... wo die Ärzte eingesetzt wurden, zu dem sogenannten Rampendienst, das Wort war Ihnen ja geläufig, das wurde durchgegeben, von welcher Dienststelle? Das habe ich eben bereits erwähnt, von der Kommandantur. Von der Kommandantur wurde das durchgegeben. Herr Präsident, darf ich bitten, dass Sie etwas darauf achten, denn dauernd Fragen gestellt sind, die schon beantwortet sind. Nein. Zum Beispiel, diese Frage war auch... War Ihnen nämlich nicht beantwortet? Diese Frage war auch schon längst beantwortet gewesen, auch wenn der Nebenträder, Vertretergeger schreit, denn der Zeuge selbst hat gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, von der Kommandantur. Das ist das Interessante. Er hat es nämlich nicht so gesagt. Er hat gesagt, möglicherweise von der Kommandantur oder auch von der Lagerführung. Und mir lag also daran, hier Klarheit hereinzubringen, das Gleiche, woran dem Zeugen offenbar nicht gelegen ist. Ich habe eine weitere Frage, Herr Zeuge. Ich komme zurück auf diese Verhinderung, auf diese Anweisung, die Entlassung zu verhindern, von dem Zeugen, dessen Vornamen Sie nur kennen, von dem Häftling, dessen Vornamen Sie nur kennen, Kasimir. Wurde Ihnen die Anweisung von der politischen Abteilung direkt gegeben? Von dem... Die Frage ist auch bereits... Nein, die Frage ist nicht beantwortet. Es kam eine Mitteilung von der politischen Abteilung. Ich wünsche zu wissen, von wem direkt Sie diese Weisung bekommen haben. Herr Präsident, ich habe dieser Frage widersprochen und ich bitte doch den Nebenkläger, der darauf hinzuweisen, dass er mich nicht dauernd hier derartig zu schreien braucht, dass er sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat. Herr Reuchsen, Herr Dr. Stollings, ist vorhin beantwortet worden von der politischen Abteilung. Und zwar von... Bitte? Von Unterstumpfjörer Grabner persönlich. Ja, das hat der Herr Staatsanwalt Kügler bereits gefragt gehabt und hat auch den Namen Grabner gesagt bekommen. Das ist richtig. So, Entschuldigung. Wenn Grabner Ihnen diese Weisung gegeben hat, warum hatten Sie denn dann in dem Zusammenhang vor Mulker Angst? Ja, dass wenn man auffällt und es kommt dem Gerichtsoffizier zu Ohren, dann ist man ja dran. Tja, das verstehe. Können Sie mir das erklären? Ja, bitte. Ich bin mit diesen Atmosphären weniger vertraut. Wenn Ihnen ein etwas similarer vorkommt bei den oder vorkam bei den SS-Angehörigen irgendein Vergehen, das ginge dann zum Gerichtsoffizier, zur Aufnahme und so weiter. Hielten Sie die Verhinderung einer offiziell erfolgten Entlassung für ein Vergehen, das Gerichtsoffiziers würdig gewesen wäre? Das ist keine Tatsachenfrage. Aber nur sicherlich ist das eine Tatsachenfrage. Ich bitte darüber zu entscheiden, Herr Präsident. Ich bitte, ich ergänze meine Frage. Ja, bitte schon. Waren Sie da, mussten Sie damit rechnen, dass wenn Sie einer offiziell angewiesenen Entlassung in dieser Weise, einer offiziellen Entlassung, offiziell angewiesenen Entlassung in dieser Weise verhinderten, dass Sie dann von einem Gerichtsoffizier verfolgt werden würden? Darf ich die Frage noch mal hören? Mussten Sie damit rechnen, dass wenn Sie diese offiziell angewiesene legale Entlassung weisungsgemäß, wie Grabner es sagte, verhinderten, dass Sie dann einem Verfahren durch den angeklagten Mulker ausgesetzt werden würden? Nein. Umgekehrt. Umgekehrt. Wenn jetzt Grabner gesagt hätte, Mensch, dir habe ich gesagt, oder Ihnen habe ich gesagt, Sie sollen, wenn Sie das festgestellt hätten, wenn Sie diese legale, ich habe ganz richtig gefragt, Herr Präsident, ich habe gefragt, wenn Sie Weisungs, der Weisung von Grabner entsprechen, diese legale angewiesene Entlassung verhinderten, mussten Sie dann, wie Sie es ja getan haben auf dem Badrisch Unterlassung, mussten Sie dann damit rechnen, von dem angeklagten Mulker als Gerichtsoffizier verfolgt zu werden? Dieser Form widerspreche ich der Frage. Ja, Herr Rechtsanwalt Dr. Stolting, das ist aber nicht richtig, denn der Zeuge hat uns gesagt, er hatte vor Mulker Angst, weil er Gerichtsoffizier war. Und nun will der Rechtsanwalt Dr. Kaul wissen, was hatte denn der Gerichtsoffizier mit diesem Fall zu tun? Und da soll der Zeuge sagen, warum er Angst gehabt hat vor Mulker, wegen dieses Falles. Aber Herr Präsident, es ist doch ganz klar, wenn ein SS-Angehöriger ein Befehl, der ihm erteilt wird, nicht befolgt, dann muss er damit rechnen, dass er unter Umständen in ein Verfahren verwickelt wird, das der Gerichtsoffizier betreiben muss. Ich weiß gar nicht, was diese Fragen sind. Wenn der nebenleggervertreter wäre, wüsste er das. Herr Rechsen, aber Dr. Stolz meine Erfahrungen beruhen auf anderem Gebiet und ich bin sehr erfreut, dass ich mich auch noch diese Erfahrungen gemacht habe. Ja, Herr Dr. Stolz Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass es heute auch gewesen ist, auf Ihre Tätigkeit als Sonderstaatsverwalt in Bildwosch. Herr Präsident, ich bitte doch, jetzt das Wort Darauf sind Sie stolz Meine Herren, ich entziehe jedem das Wort und bitte Ich stelle einen Antrag. Ich stelle den Antrag zu Protokoll zu nehmen, dass der Nebenkläger Vertreter gesagt hat, ich sei stolz auf meine Tätigkeit als Sonderstaatsanwalt und dann hat er ein polnisches Wort gebraucht, ich glaube, es war Bitgosch. Das bitte ich zum Protokoll zu nehmen, das ist nämlich eine ganz schwere Beleidigung, die ich hier festzuhalten bitte. Ich erschließe mich diesem Antrag an, damit endlich einmal Schluss gemacht wird, mit diesen dauernden umsachlichen Einwürfen keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen. Die umsachlichen Einwürfe kommen von der anderen Seite. Hüllen bitte, schreiben Sie ins Protokoll, der Vertreter der Nebenklagrechtsanwalt Dr. Kaul rief dem Rechtsanwalt Dr. Stolting, nachdem dieser erklärt hatte, ich bin stolz darauf, Soldat gewesen zu sein, einfacher Soldat zu Doppelpunkt, Sie sind stolz auf... Frage, Frage, in Frageform. Bitte? Sind Sie stolz auf... Nicht in Frageform, es ist Sachwortens, Sie sind stolz, Sie sind stolz darauf. Sind Sie auch stolz darauf, so habe ich es gesagt. Meine Herren, ich werde einen Augenblick unterbrechen, werde mir es vom Band abhören. Sie sagen es sehr einfach. ...mussten Sie damit richten, von dem angeklagten Mulker, so auch eben als Gerichtsoffizier, zur Rechenschaft gezogen zu werden, wenn Sie eine legale Entlassung eines Häftlings zu verhindern suchten. Denn das war ja der Vorgang. Ja. Nicht doch im Gegenteil, Herr Landkirch. Aber doch, Herr Rechtsanwalt, in etwa doch. Denn er hatte ja inzwischen einen gegenteiligen Befehl von dem Kratner bekommen. Aber der war doch rechtswidrig, zweifellos. Kratner hatte gesagt, wenn der Mann entlassen werden soll, dann bitte, dann teilen Sie mir das vorher mit. Das war ja nicht rechtswidrig, das zu meinem Kratner mitzuteilen. Nein, ich habe es anders. Die Entlassung dieses Mannes muss verhindert werden, da er zu viel weiß. Informieren Sie mich sofort davon. Informieren Sie mich sofort davon. Also das heißt, diese Information war nicht abstrakt, sondern mit den Zielen, die legale Anweisung der Verhaftung zu verhindern. Oder zu durchkreuzen. Der Entlassung. Der Entlassung zu durchkreuzen. Diese politische Abteilung hatte ja besondere Befugnisse in dem Lager. Und wenn die Lagerkommandantur den Mann entlassen wollte, war ja die Möglichkeit gegeben, dass die politische Abteilung dagegen Einspruch einlegte, beziehungsweise durch Beschwerde oder was weiß ich sonst auf welche Weise diese Entlassung verhinderte, obwohl sie von dem Kommandanten ausgesprochen war. Also Herr Präsident, wenn Sie die Bedenken haben, was ich nehme aus diesem Hinweis, bin ich so bereit, die Frage zurückzuziehen. Mir reicht bereits, dass er also vor dem angeklagten Mulker Angst gehabt hat. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wo war das Standort Arrestlokal? Sie sprachen von einem Standort auf die Frage des Herrn Präsidenten von einem Standort Arrestlokal. Wo war das Standort Arrestlokal gelegen? Das weiß ich heute nicht mehr. Ich war selbst nicht da gewesen, nicht dringend gewesen, ich weiß nicht, wo es gelegen hat. Ich danke, ich habe keine Frage. Herr Richter, Herr Wann-Göllner. Herr Zeuge Wilhelmi, ist das Arrestlokal vielleicht im Keller der Kommandantur gewesen? Claire behauptet, er habe nicht nur drei Tage, sondern sechs Tage in dem Keller der Kommandantur den Arrest sei an ihm vollzogen worden. Erinnern Sie sich jetzt vielleicht? Wo das Arrestlokal war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube fast 100%ig zu wissen oder 90%ig zu wissen, dass es nur drei Tage waren. Gut. Auf die Frage über die Ausbildung der Sanitätsdienstgrade in den Lehrgängen in Oranienburg haben Sie geantwortet, es wären zunächst zwei Sanitätsdienstgrade gewesen. An einen könnten Sie sich erinnern, an Feuer. Den anderen Namen wissen Sie nicht mehr. Wenn ich Ihnen den Namen Franke sage, erinnern Sie sich jetzt, ob das der zweite gewesen ist? Darf ich Sie fragen, ob das ein Jüngerer war? Und war das ein, also mir ist eine in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, er war jünger und war ziemlich klein und hat den Kopf etwas vorgehalten. Ob das nun Franke war, weiß ich nicht. Nach der Schilderung Claires soll er diese Statur gehabt haben, soll also von kleiner Statur gewesen sein. Ja. Und dann sagten Sie, wären noch drei weitere Leute in Oranienburg in dieser Richtung ausgebildet worden, also für den Rampendienst und Krematorium, Verwendung von Zyklon B. Und da sagten Sie, auf die Frage, glaube ich, des Herrn Vorsitzenden oder auf die Frage des Herrn Staatsanwalts, an den Namen Koch, könnten Sie sich nicht mehr erinnern. Clare sagt, das wären drei Leute gewesen, nämlich Koch, Schmunitzer und Wornitzka. Bedeuten Ihnen diese Namen etwas? Nein. Koch nicht, Koch nicht und Schmunitzer und Wornitzka. Nein. Sie haben auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Kügler nach einem Dienstplan für die Rampe gesagt, Sie wüssten das nicht, beruht diese Antwort darauf, dass damals nur zwei SDG für diesen Dienst eingeteilt waren und immer eben im Lager greifbar waren, dass ein Dienstplan nicht eingerichtet war. Um diese Zeit. Das halte ich für sehr gut möglich. Aber hundertprozentig sagen kann ich es nicht. Herr Zeuge, trifft es zu, dass Kleer nach dieser Arreststrafe Weihnachten 41 ein Versetzungsgesuch getätigt hat? Das ist möglich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Eine letzte Frage bezieht sich auf den Komplex des Standortarztes Dr. Wirz. Herr Zeuge, wissen Sie noch, aus welchem Lager der Standortarzt Wirz kam, als er in Auschwitz eintraf? Nein. Ich weiß nur, dass er seinen damaligen Nachfolger nachgefordert hat. Ist es nicht so, dass Wirz zusammen mit Ihrem Nachfolger erschien und dass der schon praktisch als Ihr Nachfolger vorgesehen war und dass das in Wirklichkeit der Grund Ihrer Versetzung nach Budi war? Nein, 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 dem muss ich widersprechen. Ich will Sie nur deshalb sagen, weil ich das aus früheren Aktenvorgängen kenne, der Standortarzt Wirz soll aus Neuengamme gekommen sein und soll aus Neuengamme seinen Spieß praktisch mitgebracht haben, den Ontel. Ist das richtig? Sie sollen dann nach dem Eintreffen von Wirz die Auflage bekommen haben, den Ontel einzuweisen und dann nach der Einweisung nach Budi zu gehen? Nein, das war so, wie ich vorhin gesagt habe. Dr. Wirz kam und sagte, Sie werden nicht freigegeben. Und nach etwa 14 Tagen, drei Wochen sagte er, Wilhelmis hat keinen Zweck, so, ich lasse Sie gehen, wenn ich mich reingefunden habe, helfen Sie mir bitte dafür, dass ich mich reinfinde. und dann hat er gleichzeitig mit diesem Gespräch wurde damals Ontel angefordert und der kam dann auch in einer gewissen Zeit. Und dann, ich weiß nicht wie lange, 14 Tage, drei Wochen, wurde ich dann versetzt. Also praktisch Ontel wurde Ihr Nachfolger. Ja. Können Sie sich noch an Häftlinge erinnern, die an Häftlinge erinnern, die unter Ihnen als Spieß gearbeitet haben? Kennen Sie Langbein? Langbein. Also ich habe mich nicht daran erinnern können, nach diesem Artikel im Spiegel, da habe ich 14 Tage ungefähr gebraucht, um zu wissen, was da eigentlich in Wirklichkeit los war. Ich habe mir das lange überlegt. Und zwar war da Folgendes. Was stand denn im Spiegel da über Sie? Ja, ich soll gesagt haben, dass wer spricht, durch den Kamin geht oder so ähnlich. Was wer? Wer irgendetwas sagt über das, was er im Lager erlebt, sollte zum Kamin kommen, oder wie? Das hätten Sie gesagt. Soll ich gesagt haben. Und das hat nun folgenden Hintergrund. Ich weiß jetzt, dass damals, wie es am Artikel steht, dass Dr. Wirz einen Schreiber haben wollte, den er flott diktieren könnte. Und da hat er diesen nach der Abteilung überstellen lassen. Da war wohl hinten im Krankenbau, ich weiß es nicht. und da hat Dr. Wirz mir gesagt, also wenn der kommt, zeigen Sie, wie das mit dem Papierkrecht läuft und sagen Sie ihm, dass er ja nichts spricht und also ich sollte ihn mehr oder weniger und dann auch sagen, also wenn da was vorkommt, dann hat er dann, dass er dann was passieren kann, dass es sehr gefährlich ist. Und das habe ich dann getan und vielleicht ist mir das rausgerutscht und aber das war mit dem Hintergrund deshalb, weil ich ja schon das mit dem anderen Häftling im Krankenhaus lebt hatte, dass ich Angst hatte oder ich wollte ihn was sagen warmen, dass er da keinen Mist macht. Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage des Eintreffens von Dr. Wirz dem Herrn Vorsitzenden geantwortet. Dr. Wirz kam im dritten Viertel 1942 nach Auschwitz. Könnten Sie sagen, welche Erinnerungsmittel Sie für diese Angabe besitzen? Erinnerungsmittel habe ich keine. Herr Zeuge, erinnern Sie sich, dass vor dem Eintreffen des Dr. Wirz eine Typhus-Epidemie im Lager ausgebrochen war und dass im Juli 1942 eine Lagersperre angeordnet wurde? ein solcher Kommandanturbefehl datiert vom 23. 17. 42 und vom 13. 18. 42 Ja, das wie Sie das eben sagen, fällt mir ein. War das nicht der Grund, weshalb Dr. Wirz nach Auschwitz kam, um diese Epidemie Folgen gänzlich zu beseitigen? Das war wohl mit der Grund gewesen. Könnten Sie jetzt noch etwas sagen, wann Dr. Wirz tatsächlich in Auschwitz erschienen? Vielleicht war es mehr nach dem als es war, als es kam, noch schönes Wetter, das weiß ich. Die Sonne schien, es war warm. Das kann September gewesen sein. Auf einen Tag kann ich mich nicht besinnen. Wissen Sie denn genau, wann Sie nach Budi kamen? Nein, ich kam nicht direkt nach Budi, sondern hatte erst ein Behältsquartier außerhalb des Lagers und ja nur wissen, wo Sie da untergebracht waren in der Zwischenzeit. Beschreiben, das war... War das außerhalb des Lagers? Das war, also im Lagerbereich war es noch. Im Lagerbereich war es noch? In der Nähe von Buddi? Nein, nein, nein. Das war in... Aber außerhalb des Stammlagers? Außerhalb des Stammlagers, ja. Ich habe keine Fragen mehr. Herr Dr. Stonningswey. Herr Präsident, es ist mir vorhin entgangen, ob der Zeuge gesagt hat, wann dieser Vorfall mit diesem Häftling, der zur Entlassung angestanden haben könnte, obwohl die Anweisung... Nein, er hat keine Zeit angegelt. Keine Zeit, dann darf ich ihn danach fragen. Herr Bedenmi, wissen Sie, wann dieser Vorfall etwa gewesen ist? Das muss 42 gewesen sein. Wann 42? Ja, ich nehme an, dass der der Auftrag im ersten Viertel erfolgt ist und die Entlassung im Sommer. Also genaue Zeitdaten weiß ich auch nicht mehr. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob in diesem Zeitpunkt der angeklagte Mulca überhaupt Gerichtsoffizier gewesen ist? Ich widerspreche dieser Frage, Herr Präsident, denn sie ist beantwortet. Der Zeuge hat ausdrücklich gesagt, ich blieb dann weg, weil ich Angst hatte vor Mulca als Gerichtsoffizier. Nun, Herr Dr. Stolling, Sie wollen nun die Tatsache wissen, ob er tatsächlich Gerichtsoffizier gewesen ist? In jenem Zeitpunkt. Während der Zeuge gesagt hat, ich hatte Angst vor ihm als Gerichtsoffizier. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Das eine ist die subjektive, das andere die objektive Seite. Das ist schon richtig, aber ich weiß nicht, ob dem Zeugen die Ernennungsurkunden über die Ernennung des Gerichtsoffiziers zugänglich gewesen sind. Ob er das weiß? Haben Sie denn... Herr Präsident, ich lasse mit Rücksicht auf Ihren Hinweis diese Frage fallen. Bitte sehr. Ich habe noch eine andere Frage. Herr Wilhelmi, Sie haben bei den Fragen, die sein Vertreter der Anklagebehörde, an Sie gestellt wurden, gesagt, dass Ihnen der Unterschied zwischen dem Begriff streng und dem Begriff scharf bekannt sei. Ja. Meine Frage. Ich bitte Sie nun, diesen Unterschied einmal näher zu definieren, so wie Sie ihn verstehen. Ja, und... Herr Verteidiger, Sie meinen, scharf und streng. Streng und scharf. Das haben Sie, Herr Staatsanwalt, gefragt. Also streng, das wäre bei mir Folgendes, wenn einer streng ist, also nach den Paragrafen geht und scharf, wenn einer noch selbst mit dazu hilft, was zu finden. Oh, schön. Hat nun der angeklagte Mulca bei, nach Ihren Erfahrungen, etwas Besonderes gesucht oder etwas Besonderes suchen wollen oder Besonderes gefunden und sich dadurch als scharf erwiesen? Herr Präsident, ich widerspreche dieser Frage. Die Frage ist bereits beantwortet, eben durch den Frage- und Antwortwechsel mit dem Herrn Vertreter der Anklage, Herrn Staatsanwalt Kügler. Der Zeuge hat klar und eindeutig gesagt, er hielt den angeklagten Mulca für scharf. Ja, und nun möchte der Dr. Stolling wissen, worauf sich diese Meinung gründet, ob er irgendeinem Tatsachen angeben kann, die diese Meinung rechtfertigen. Tatsachen kann ich keinen anführen, aber das war eine rein gefühlsmäßige Angelegenheit. Danke schön. Im Übrigen, Herr Dr. Stolling, was Ihre Frage vorhin anbelangt, amten Zeugen, haben wir ja vorliegen, hier ein wenigstens, ja, einen fragmentarischen Teil eines Standortbefehls oder heißt Sonderbefehls, das kann ich jetzt nicht genau sehen, da der muss erlassen worden sein in der Zeit nach dem 13.6.42 und da steht Folgendes drin. Der bisherige stellvertretende Adjutant, SS-Obersturmführer Mulca, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Stellung des Stabsführers im Keil Auschwitz. In dieser Eigenschaft führt und leitet er die gesamten Dienstgeschäfte des Kommandaturstabs. Es sind ihm unterstellt, erstens die Adjutantur und so weiter, drittens die Gerichtsabteilung als Gerichtsoffizier. Nach dem 13.6.42, Herr Präsident. Nach dem 13.6.42, es ist da noch etwas dazu geschrieben, was ich aber nicht recht entziffern kann, vom 8.5.42, da muss ich mal nachsehen, ob ich da in den Akten, würden Sie mir mal 8.773 der Akten bringen? Das ist die Annennung zum Adjutanten, Herr Präsident. Ich verstehe nicht. Im Mai 8.5., das war die Annennung zum Adjutanten. Ja, das geht aber aus dieser Urkunde nicht hervor. Ja, ja, wir wissen aber, wir haben andere Urkunden. 8.5. ist der angeklagte Mulca zum Adjutanten an Antwort und ich nehme an, dass das die Bezugs, darauf Bezug noch genommen wird, dass dadurch das Datum da reingekommen ist. Ja, das ist aber auf diese Urkunde handschriftlich zugesetzt. Ich nehme an, von dem Herrn Staatsanwalt, denn auf der Fotokopie war es nicht. Es ist leider etwas passiert mit diesen Urkunden. Zwar vorhin, ich hatte den Herrn Staatsanwalt Kügler gefragt, ob ich dem angeklagten Mulca diese Fotokopien aussendigen dürfe, zur Einsichtnahme. Herr Staatsanwalt Kügler hat mir das gestattet. Daraufhin habe ich es dem angeklagten Mulca gegeben und leider hat er in einige Urkunden etwas reingeschrieben. Ach so. Also, ich kann leider dafür nichts, ich habe also vorher... Wir haben ja die Originale noch. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich vorher den Herrn Staatsanwalt um die Genehmigung gebeten hatte. Darf ich nur fragen, Herr Rechtsanwalt, sind das jetzt die Originale? Nein, 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 das sind die Fotokopien, die ich hatte. Ich hatte ja die Originale gar nicht. Ich habe Ihnen die Staatsanwaltschaft davon Mitteilung, als Sie die Dokumente zurückbekamen, dass der angeklagte Mulca dort etwas reingeschrieben hat oder hören wir das jetzt erst zum ersten Mal? Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aha. Herr Präsident, ich bitte doch, ich verbitte mir das jetzt ein für alle Mal. Was soll das Aha jetzt heißen? Ich bitte hier nicht zu lachen. Herr Dr. Stolting, da ich den Ausdruck nicht geprägt habe, kann ich Ihnen die Frage auch nicht wahrnehmen. Aber das ist eine völlig unsachliche Bemerkung, Herr Präsident, und ich darf nur darum bitten, dass das Gericht derartige unsachlichen Ausdrücke und Bemerkungen hier unterbindet, denn die kommen in der Regel nur von der anderen Seite. Ich bin bereit, Herr Präsident, das Wort Aha, das unmittelbare Worte, eingehend zu begründen. Wenn ich davon... Bitte schön. Ich meine, dass es selbstverständliche Pflichten gewesen wäre eines Verteidigers, so wie ich die anwaltliche Tätigkeit auffasse mit allen meinen Kollegen, dass wenn ich die Erlaubnis bekomme von der Anklagebehörde, gewisse Dokumente dem Angeklagten zu überlassen und sie kommen verändert zurück, dass es noch eine selbstverständliche Pflicht ist des Verteidigers, die Gegenseite, wenn ich mich so ausdrücke, und darf zumindestens die Staatsanwaltschaft da froh wieder zu unterrichten. Ich habe es nicht nötig, mich von diesem Herrn in irgendeiner Weise belehren zu lassen. Ich bin noch gar nicht fertig mit der Begründung. Eben, weil ich von der Voraussetzung ausgehe, dass der Rechtsanwalt Stolting annimmt, sich über diese eigentlich selbstverständlichen Dinge nicht belehren zu lassen, war das Wort Aha durchaus am rechten Platz, weil er diese selbstverständliche Pflicht versäumt hat. So, das ist die Begründung dafür gewesen. Und nun würde ich... Ich habe darum gebeten, dass das zurückgewiesen wird. Das Aha. Das Aha, ja. Ich bin auch der Auffassung, Herr Präsident, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit mal darauf lenken darf, es wird fortgesetzt, wenn dem Nebenklägervertreter Kaul etwas nicht passt oder wenn es ihn erfreut, wird er gelacht. Es wird in der Nase herumgebohrt in dem Stil. Und ich bin der Auffassung, dass die Verteidigung nicht hier sitzt, um sich diese Dinge fortgesetzt anzusehen. Das ist gut, Herr meiner Würde. Ja, das, meine Herren, an den Zeugen sind keine Fragen mehr zu sehen. Doch, Herr Rechtenwald-Ehrhardt. Herr Wilhelmi, erinnern Sie sich noch an das, was Sie uns erzählt haben, also über den Vorgang, als Sie sahen, dass Menschen, Häftlinge oder andere in den Hof des Krematoriums gebracht wurden und sich dort ausziehen mussten. Haben die dort sich dann länger aufgehalten oder was machten die dort? Das hat der Zeuge schon beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, die Leute mussten sich ausziehen und wurden dann in den Raum da hineingetrieben. Ja, ich wollte wissen, wie lange Sie sich dort eventuell auszogen oder ausgezogen aufhielten. Nun, also, Herr Rechtenwald... Ist das irgendwie von Ihnen beobachtet worden? Nein, die Zeit nicht. Haben Sie gesehen, dass dann ein Teil der Leute in diesem Hof zurückgehalten wurde? Nein. Haben Sie gesehen oder gehört, dass in diesem Hof bei solchen Gelegenheiten geschossen wurde? Nein. Danke. Das war wegen der Aussage Müller von Erfordernis. Ich habe noch eine Frage. Herr Wilhelmi, können Sie sich an den Lagerarzt Dr. Endres erinnern? Ja. Können Sie sagen, ob dieser Dr. Endres zu den SDGs oder überhaupt zu den SS-Angehörigen ein sehr scharfer Vorgesetzter war oder war das mehr ein kameradschaftlicher Mann? Weil ich gebe Ihnen das so wieder, wie ich Ihnen in Erinnerung habe. Naja, das muss sich aber auf Beobachtungen stützen. Sie müssten natürlich sagen können, bei diesen Gelegenheiten war er kameradschaftlich und bei anderen anders. Also zu mir gegenüber war er immer kameradschaftlich. Na, zu den kleineren SS-Unterführern. Zu denen gehörte er ja, Herr Herr Sturmann. Nein, nein, er gehörte zu den, immerhin als Oberscharführer war er schon von den Unterführern ein gehobener Mann. Er war ja nicht immer Oberscharführer. Naja. Einfach Herr Sturmann gewesen. Ja, na schön, dann wollen wir mal fragen, haben Sie mit dem Dr. Endres schon als einfacher Sturmmann zu tun gehabt? Tja, das entzieht sich leider meiner Erinnerung. Ja. Naja, das wollte ich eigentlich auch nicht wissen, sondern ich wollte wissen, worauf sich Ihre Beobachtung stützt. Ja. Teilweise, Sie sagen, Ihnen gegenüber war er kameradschaftlich. Nun habe ich weiter gefragt, den kleineren SS-Unterführern gegenüber. Etwas durchsetzen wollte, dass er da auch, ich muss sagen, Sprenger sein konnte. Dankeschön. Bitte sehr. Herr Wilhelmi, noch eine Frage. Sind Sie jemals in Block 10 gewesen, im Lager, im Schutzhaftlager Block 10? Ist das der sogenannte Klauberg-Block? Nein. Nein. Haben Sie mal den Adjutanten Mulca mal im Lager gesehen, im Stammlager? Nicht, dass ich mich erinnere. Herr Staatsmann. Herr Wilhelmi, Sie sagten, dass Sie trachteten, von Ihrer Stelle als Spieß beim Standortarzt wegzukommen, weil Sie befürchteten, dass Sie da seelisch zugrunde gehen. Auf die Frage des Herrn Nebenklägers, warum Sie wohl da seelisch zugrunde gegangen wären, was die Gründe seien, haben Sie eine Antwort gegeben, die mir nicht so recht verständlich erscheint. Ich will Sie daher mal Folgendes fragen. Haben Sie unter den Menschen, die in dem Vorhof des Krematoriums waren und dann in die Gaskammer gehen mussten, auch Kinder gesehen? Nein. Daran können Sie sich nicht erinnern. Sagen Sie, Herr Wilhelmi, was haben Sie sich denn damals, als Sie diese Wahrnehmungen machten und also nun wussten genau, was geschah mit diesen Leuten, was haben Sie sich denn nun damals gedacht, was das ist? Ja, in welcher Beziehung? Haben Sie gedacht, dass das eine, wie es damals möglicherweise formuliert worden ist, eine Maßnahme zur Erreichung irgendwelcher politischer Zwecke ist oder so etwas Ähnliches? Oder ist damals in Ihren Gedanken ganz schlicht das Wort Mord aufgetaucht? Ich bin nicht gerade im Mord, aber man kann ruhig sein, ja. Und da habe ich nur als Einzige gedacht, dass ich da raus muss. Ja, ich wäre Ihnen schon dankbar, Herr Wilhelmi, wenn Sie das mal genauer formulieren würden, was Sie damals gedacht haben. Sie haben mir eben auf die Frage, ob Sie gedacht haben, das sei Mord, haben Sie gesagt, na nicht so ganz, ja wie denn, Totschlag oder? Jedenfalls war es rechtswidrig und es... Ja, haben Sie das damals gedacht, dass es rechtswidrig ist? Dass es rechtswidrig sein muss? Haben Sie damals gedacht? Ja. Nun, sagen Sie doch... Ich weiß ja, dass damals, das kam ja alles einen schönen Namen, kam ein Mäntelchen. Ja, wie hieß denn der Name damals? Das würde mich mal interessieren. Sonderbehandlung. Sonderbehandlung, da wusste aber doch jeder, was damit gemeint ist. Ja. Na. Herr Wilhelmin, und würde mich noch einmal Folgendes interessieren. Sind Ihnen damals Fälle bekannt geworden, wo Ärzte oder Sanitätsdienste gerade oder auch sonst irgendwelche Angehörige der SS protestiert haben, gesagt haben, das will ich nicht mitmachen, offiziell? Offiziell nicht. Offiziell nicht. Nur, es wurde nur so gesprochen. Die Ärzte versuchten alle, in der Möglichkeit wieder wegzukommen. Ja. Und das auf direktem Wege war es wohl kaum möglich. Da haben Sie es dann irgendwie auf andere Weise versucht. Haben Sie es auf andere Weise versucht. Ja. Nun, haben Sie dort in Auschwitz auch an sogenannten Schulungen, Schulungsabenden teilnehmen müssen? Stimmt. In denen also weltanschaulich ausgerichtete Vorträge gehalten wurden? Herr Wilhelmin, ich möchte Sie Folgendes fragen. Ist Ihnen das möglicherweise mal in einer Besprechung, sei es mit dem Standort Arzt, sei es auf anderer Ebene gesagt worden, was Sonderbehandlung ist, warum das angeblich gemacht werden müsse und dergleichen? Ist Ihnen das mal gesagt worden? Ist das alles so still unter der Hand vor sich gegangen, dass man einfach gesagt hat, Sonderbehandlung, das und das muss geschehen? Da war keine Besprechung. Da war keine Besprechung. Jedenfalls an Schulungsabenden oder so etwas können Sie sich an den Herrn Knittel erinnern, der da schlugt. Ja. Haben Sie da an solchen Schulungsabenden teilgenommen? Sagen Sie, hat er auf der Adjutant solche Schulungsabende veranstaltet? Wenn keine Fragen mehr sind, haben die Angeklagten selbst noch Fragen oder Erklärungen abzugeben? Nein. Werden bezüglich der Beeitigung Anträge gestellt? Ja, 60. Es ergeht Beschluss. Der Zeuge bleibt gemäß § 60, Ziffer 3 der Strafprozessordnung unvereidigt, da er der Beteiligung an den Taten, die Gegenstand dieses Verfahrens bilden, verdächtig erscheint. Sie können gehen im allzeitigen Einverständnis.